Mathelehrer wie der Sänger der Sexpistols, das Name mir gerade nicht einfällt. Johnny Rotten? Ja, Sexpistols, Bad Religion. Johnny Rotten ist Mathelehrer, ja. Ich glaube, wir können froh sein, wenn der bis 10 zählen kann. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Menschenverachtenden Untergrund Podcasts. Mein Name ist Adrian und mit mir dabei ist der verschlafene Andy. Hi. Hi Adrian, einen guten Abend. Und nein, verschlafen ist, achso, du spielst das aus dem Vorgespräch an. Ja, genau das. Ich bin nur einfach tierisch gestresst. Wir haben auf der Arbeit im Moment 70% Krankenstand. Ich kann nicht verstehen, fühle ich, bei uns ist es eher so, wir haben sehr viel Urlaub. Also sehr, sehr viele Urlaub, die sich überschnitten haben und deswegen auch sehr viel Arbeit an einem selbst hängen bleibt. Ja, und ich habe es ja im letzten Podcast oder vorletzten, das weiß ich gerade nicht mehr gesagt, dass man als guter Kollege ja seine Baustellen beseitigt, bevor man in den Urlaub geht. Das ist jetzt bei den Krankheiten leider nicht passiert. Und so, ja, tanze ich gerade auf allen Hochzeiten und es wird Zeit, es wird Zeit für diesen kleinen Farbtupfer in meiner Arbeitswoche. Ich freue mich auch, freue mich auch jedes Mal auf diese Aufnahme. Wir nehmen jetzt, für alle, die es wissen wollen, wir nehmen dienstags auf tatsächlich, weil, ja, ich wollte gestern DFB-Pokal gucken. Wenn die Eintracht schon übertragen wird, dann gucke ich es mir auch mal an im Fernsehen. Ja, 3 zu 0? 4 zu 1. 4 zu 1, ab dem 3 zu 0 bin ich ins Bett. Ja, ja. War ein geiles Spiel, also 2.5 super gut. Die 1. Halbzeit habe ich mir gedacht, nach der 1. Halbzeit habe ich mir gedacht, dafür habe ich die Podcastaufnahme abgesagt. So eine Scheiße. Aber die 2. Halbzeit hat es dann rausgezogen. Ja, also ich fand es erstaunlich wenig Pyrotechnik, ehrlich gesagt. Ja, tatsächlich, ja. Wahrscheinlich bei der EM alle, alles schon verbraucht. Gerade Lieferengpässe. Das Schwarzpulte wird woanders gehortet. Naja, okay. Genau. Ich habe aber mal direkt ein Bier auf. Ja, ich auch. Ich auch. Ich bin, ich habe dir diesmal nicht verraten, was ich trinke. Ich glaube, ich weiß nicht, ob du es bei mir, bei mir siehst du es, glaube ich, tatsächlich. Also für alle YouTube-Zuschauer, ihr seht, dass hier eine blaue Dose steht. Ich erzähle auch gleich was dazu, was das ist. Zu meinem Wochenende. Ja, da sage ich jetzt, kann ich eigentlich nicht viel dazu sagen, weil wir waren ja auf dem Partisan das Wochenende davor. Da habt ihr ja auch unseren Podcast schon gesehen. Das Wochenende nach musste ich erstmal regenerieren. Da habe ich nichts gemacht, außer Videos schneiden und Bandprobe tatsächlich. War noch bei dir irgendwas Spektakuläres? Nein, bei uns, also wir, wir haben auch geprobt nach der Sommerpause wieder mal bei uns im Proberaum. Ja, und wir starten jetzt eben in die, ja, also in diesen Endjahres-Endspurt sind ja noch vier Konzerte, glaube ich, die dieses Jahr bei uns anstehen. Und, ja, neue Songs wollen vorbereitet werden, soundtechnisch, wenn wir uns ein bisschen verändern. Aber, ja, und das muss jetzt alles eben peu a peu gemacht werden. Und durch eben Urlaub und so Geschichten und Abwesenheiten und müssen wir eben da ein bisschen gucken, wie wir das alles organisieren. Von daher. Ja, umso älter man wird, umso schwerer wird, sowas zu organisieren, finde ich. Ja, und wir haben auch ein Bandmitglied, das nicht ausschließlich in Deutschland arbeitet, sagen wir es doch einfach mal so. Und da stehen jetzt auch wieder längere Aufenthalte an. Genau, dann, das war das. Dann können wir jetzt schon mal weitergehen zum Thema Geränke-Podcast, würde ich sagen. Weil jetzt bin ich ja, nachdem du es jetzt so angeteasert hast, bin ich mal wirklich gespannt, was es bei dir ist. Ja, nachdem wir jetzt ja schon hier mehrere Monate aufnehmen und ich mich ja immer gerne über das Bier aus Österreich ausgelassen habe. Ja. Ist ja jetzt kein großes Geheimnis und habe ich mir gedacht, es gibt noch eine andere Region in Deutschland, dessen Bier ich immer sehr ablehne und immer sehr darauf schimpfe. Ja. Und ich finde es nur fair, dass ich mir jetzt mal ein Bier der Binding-Brauerei besorgt habe, weil ich habe das noch nie getrunken. Ja, dann bin ich mal gespannt, weil Binding-Brauerei, jetzt ist die Frage, wann es gebraut wurde, weil Binding ist ja eins von den Bieren, was ja auch zu einem größeren Konsortium gehört, Radeberger ganz genau. Und die gehören ja zu Dr. Oetker. Und naja, ich sage mal so, die Brauerei wurde jetzt ja letztens dicht gemacht. Das heißt, viel Bier kommt da gar nicht mehr her. Das wird jetzt auch zwar noch unter dem Namen Binding gebraut, aber gar nicht mehr in Frankfurt-Sachsenhausen, sondern in anderen Brauereien der Radeberger Gruppe. Also hier steht drauf, Binding-Brauerei, Darmstädter Landstraße, 185 aus Frankfurt am Main. Aber ja, ich lasse mich mal darauf ein. So lange ist hier noch nicht zu, aber vielleicht ist es noch vor so den letzten Monaten, dann könnte es noch tatsächlich das reelle Bier sein. Aber natürlich ist auch noch die Adresse dort und die Bürogebäude und so. Ja, ich weiß es nicht. Ich fand es nur einfach witzig beim dran vorbeilaufen. Und dann dachte ich mir, ich habe immer schon sehr auf hessisches Bier geschimpft. Ich mag die Region in Hessen sehr gerne. Ich bin da gerne. Ich mag die Menschen. Aber das Bier fand ich immer absolute Scheiße, was ich da gekriegt habe. Und jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt trinken wir mal das Binding-Römerpilz. Ja, das ist ja so der Standard. Bin ich mal gespannt, was du dazu sagst. Ich finde, Binding ist ja noch eins von den trinkbareren Bieren in Hessen. Gerade auf die südhessischen Biere bin ich ja nie so gut zu sprechen. Gerade was Schmucke angeht, was für mich immer das Schlimmste ist. Und Funkstädter ist jetzt auch nicht so geil. Das habe ich nur mit jugendlichem Übermut runterbekommen in der Uni. Jetzt bin ich mal gespannt. Das riecht, als würde jemand rülpsen. Oh, jetzt geht der Schluck, ein großer Schluck rein. Ja, schmeckt nach gar nichts. Ja, das ist halt Industrie, würde ich sagen. Also, das ist ja beeindruckend. Also, wenn du mir jetzt, also, wenn du mir jetzt, also, wenn du mir jetzt, wer das im Blindtest von einem Krombacher, einem Radeberger, einem Bitburger, wie auch immer, kalt unterscheidet aus dem Glas, der rät einfach nur gut. Das schmeckt einfach wirklich nach gar nichts. Ja, das hat nicht viele eigenen Charakters, stimmt. Aber, was ich sagen muss bei Binding, es nervt nicht. Es nervt nicht. Stimmt. Da gibt es leider in Hessen viele andere Biere, die dich sehr, sehr nerven. Ja, ja, ja. Ich weiß leider, ich würde jetzt total gerne drüber reden, welche Biere das waren. Aber so gerade, ich erinnere mich an die, jetzt ist es wahrscheinlich nicht mal Hessen, aber Darmstadt ist schon Hessen, oder? Ja, das ist schon Hessen. Da in der Krone, das ist ja so eine Live-Location, die es da gibt, da haben wir ein Bier bekommen, wo wir, also Torpols umsonst war, freiwillig zur Tankstelle gelaufen sind und uns die Palette Paderborna gekauft haben. Ich weiß nicht, was sie da ausschränken. Oh, ich war schon lange nicht mehr in der Krone, da müsste ich auch mal nachgucken. Aber das ist auf jeden Fall auch, glaube ich, eher lokales Bier, was sie haben. Es war das Backstage-Bier auf jeden Fall. Also es ist nicht das, was da aus dem Hahn kommt, sondern da kriegst du ja oft ein anderes. Es gibt das Braustübel in Darmstadt, das ist noch ganz gut von den Darmstädter Bieren, aber wie gesagt, das gängige Bier in der Darmstädter Region ist Schmucker und das ist wirklich das Schlimmste, finde ich persönlich. Also das ist was, so ätzend. Also Schmucker, ist das so ein, das war eine Flasche mit so einem gelben Etikett? Ja, also es gibt verschiedene Schmuckerarten. Also einmal das Grudepilz, das ist von denen. Dann gibt es noch das, wo halt so ein Typ mit einem Dreispitz drauf ist, das so das klassische Etikett von denen. Lass mich mal kurz gucken. Mein Gedächtnis lässt mich da leider auch völlig im Stich. Ich weiß nur noch, dass wir eben, das war ja noch mal eine alte Band und das da unser Sänger, der wirklich Kummer gewöhnt ist, wenn es ums Bier geht. Also ich glaube, das meist konsumierte Bier in seinem Leben ist Burg Krone von der Norma und der kam raus und hat gesagt, Leute, ich kriege das nicht runter. Und ich so, hä, ja, keine Ahnung, Bier, weißt du, diese typischen Sprüche, Jugendlicher über Mut, kein Bier ist illegal und tralala und ich habe einen Schluck getrunken und dachte, jemand, also das war also jemand, also, i. Ja, also es gibt schon, jetzt aber genug, es kann Schmucker gewesen sein, aber ich möchte es auch nicht beschwören, muss es zutiefst reinreiten. Ist auf jeden Fall nicht das beste Bier. So, ich trinke heute, weil es ja heute zu dem Hauptthema, finde ich, ganz gut passt, Billigbier aus der Dose. Ja, Dosenbier macht schlau. Und das ist 5-0, 5-0, und zwar das Helle. Das habe ich nämlich aufs Party sein mitgenommen und nicht getrunken, weil ich habe mich die ganze Zeit an meinem Budweiser festgehalten, was ich noch hatte. Deswegen habe ich das noch wieder mit nach Hause geschleppt. Ja. Also Partisan war wirklich dieses Jahr, ich weiß gar nicht, ob ich es erwähnt habe, das aller, allererste Mal in wirklich vielen, vielen Festivals, die ich besorgt habe, wo ich nicht einen, also einen Bierrest habe. Was ich habe, sind so ein paar Dosen Rum Cola und Fina Colada und mit sowas habe ich ja immer in der Dose auch immer am Start auf dem Festival. Da sind ein paar Dosen übrig, aber Bier, alles ausgetrunken. Ja, es gab ja auch ab und zu mal jemanden, der an dein Zelt kam oder an dein Camp kam und immer ein bisschen Heineken haben wollte. Ja, natürlich, immer. Also bei uns ist da aber auch am Camp immer Selbstbedienung, ehrlich gesagt. Also wenn da einer Bock hat auf, weiß ich nicht, was der dabei hat, was der dabei hat, dann wird sich da auch einfach bedient. Ja, das ist aber auch gut. Ein Festivalkommunismus nenne ich das gerne. Wenn du mit Leuten unterwegs, zweistellig Jahre unterwegs bist, dann geht sowas halt. Auf jeden Fall. Ja, ich hatte auch das Gefühl bei eurem Camp, das war echt entspannt und das war echt eine gute Stimmung. Ja, die allermeiste Zeit auf jeden Fall. Ja, da gehen wir nicht so sehr ins Detail. Da gehen wir nicht drauf ein. Genau. Bevor wir jetzt weitermachen, weil jetzt kommen wir echt, wir sind ja heute schnell. Nein, ich habe ja natürlich auch noch einen Whisky. Ach ja, stimmt. Aber den kennen wir schon. Highland Park, schön. Highland Park, Viking Honor. Ist das nicht auch aus der Beam Santory Firma, Konglomerat, vertrieben? Ich glaube nicht, ich glaube nicht, aber ich kann es dir gleich sagen, der Karton liegt hier rum. Bin mal gespannt. Nö. Ich hatte immer im Gedächtnis, dass die das machen, weil ich habe auch mal Werbung für die gemacht. Ja. Deswegen dachte ich. Nee, also ich weiß natürlich, dass Highland Park eine Stiftung ist. Hm. Naja, das ist jetzt auch egal. Naja, das soll jetzt keine Rolle spielen. Ich habe den Whisky schon ein paar Mal hochgehalten. Ich habe schon oft was dazu gesagt. Das ist mit mein Lieblingsscotch, den ich so, den ich trinken kann. Und ich wollte halt, nachdem ich beim Bier so ein Risiko eingegangen bin, beim Whisky. Ja, ja. Keins mehr eingehen und im Zweifel. Aber so schlimm ist es nicht. Also von den hessischen Bieren muss ich dir sagen, ist es eins der besseren auf jeden Fall. Sag ich ja. Sag ich ja. Und es ist vegan. Das ist mir ja wichtig. Ja, das steht ja inzwischen überall drauf. Auch wenn du eine Gurken kaufst, steht drauf, dass sie vegan ist. Falls man nicht von alleine darauf kommt. Ich habe letztens einen Schüttelsalat gekauft. Also diese vorbereiteten Dinger. Da stand einfach wirklich, drauf kann Spuren von Erdnüssen enthalten. Okay. Ich kann dir nicht sagen warum, aber es waren drei gemischte Blattsalate. Keine Ahnung warum. Ach, guck doch mal an hier. Ich bin auf der Seite von Santory Global Spirits und da sehe ich auch alle gute Dinge. Highland Park präsentiert den neuen Whisky. Sie vertreiben es auf jeden Fall. Na gut, dann soll ich mich in meinem Leben ja auch schon mal geärt haben. Ich will es jetzt nicht beschwören. Ich kann mich da manchmal, manchmal habe ich das falsch gemacht. Ich habe vor ein paar Jahren ja auch mal auf dem Kunden Beam Santory gearbeitet in der Werbung. Und da hatte ich auch die verschiedenen Whiskys. Und da wurde mir erst klar, was alles zu dem Jim Beam Konzern oder Santory Konzern. Das ist ja eigentlich eher ein japanischer Konzern. Was da eigentlich alles dazugehört. Und da war ich schon, auch gerade viele Gins auch. Dieser Roku Gin und so weiter. Sehr, sehr interessant, muss ich sagen. Aber da ich nicht mehr für den Kunden arbeite, mache ich jetzt auch keine weitere Werbung dafür. Japanische Whiskys sind in meinen Augen übrigens neben den Tottischen die besten. Sogar noch überirisch. Was irgendwie sehr interessant ist. Ja, die Kultur ist nicht alt, aber intensiv in Japan. Also die Whisky-Kultur. Muss man ja ganz vorsichtig sein, ja, und sowas. Ja, das, was sie machen, das machen sie zu 100 Prozent. Das muss man den Japanern ja dann doch schon zugestehen. Ja, das, äh, ein, 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 also ich habe ja beruflich auch mit japanischen Firmen zu tun. Ähm, ein faszinierendes Vorlass, sagen wir es doch einfach mal so. Vor den Kommentaren würde ich noch kurz auf die Band-T-Shirts eingehen wollen. Ach so, ja stimmt, das machen wir ja auch, äh, ja. Also für alle Zuhörer, ich habe ein japanisches Kampfhörspiele-T-Shirt an. Gab es, glaube ich, zum, ja, einen der letzten Alben mit dazu. Dachte mir, das passt auch ganz gut zum Hauptthema. Ist jetzt nicht 100 Prozentig das Hauptthema, aber, also, es geht fast nicht mehr Punk im Grind als die. Sie werden auch gerne als Grind-Punk bezeichnet, die japanischen Kampfhörspiele. Deswegen habe ich dann auch gedacht, das passt ganz gut. Und sonst habe ich keine richtigen Punk-Shirts. Äh, ich, ich, auch nicht. Ich habe ein Bölzer-Shirt an und stehe nicht weiter aus. Weil ich glaube, Okoy's Hobby ist hier ein bisschen arg auf dem Shirt abgebildet. Das lassen wir mal auf YouTube weg. Ja, okay. Das ist, äh, das ist absolut in Ordnung. Jeder, der Bölzer kennt, weiß jetzt, worum es geht. Also, aber, naja, gehen wir da jetzt an der Stelle nicht drauf ein. Sondern, gehen wir an dieser Stelle lieber auf die Kommentare ein. Ja, hast du dir einen ausgesucht? Weil ich habe einen langen, wahrscheinlich mache ich heute nur einen. Ich habe auch einen etwas längeren und einen etwas kürzeren. Ich würde erst mal auf den etwas kürzeren eingehen wollen. Und da würde ich sagen, man spricht es aus Skü aus, schreibt der gute Tjad, oh Gottes Willen, Tjadzvi. Tjadzvi, da brauche ich erstmal noch eine Lautschrift, wie man den Usernamen ausspricht. Der schreibt, man spricht es aus Skü aus. Hat mir zumindest Ole in einem privaten Gespräch vor Ewigkeiten in London mal so bestätigt. Ansonsten, wann hattet ihr den erstmal bitte guten Sound? Also Dr. Dr. Slater, kalt. Es geht um den Party-San-Auftritt. Zumindestens mit Marduk sind die der Inbegriff für schwarzmetallischen Live-Sound-Brei. Haben ja auch ein Album, dessen Titel sehr nach Marduk klingt. Just saying. Kommt vielleicht nicht von ungefähr. Ja, weiß ich nicht. Also habe ich ihn mir auch schon drunter geschrieben, müsste ich mal ein bisschen nachdenken. Aber da ist natürlich auch die Frage, was bezeichnet man als guten Sound? Wo hört organisch auf und fängt klinisch an? Also ich fand den Sound auf jeden Fall auffallend schlecht am Party-San. Mehr wollte ich dazu gar nicht sagen. Aber dass jetzt DNS so eine Band mit rumpeligem Sound ist, wäre mir jetzt nicht aufgefallen. Ich habe die jetzt echt schon ein paar Mal gesehen. Ja, Gito. Also ich habe da auch Besseres auf jeden Fall in Erinnerung. Ja, also ich würde mich jetzt hier nicht hinstellen und sagen, die haben sonst immer glasklar differenzierten Sound. Aber das war wirklich auffallend schlecht. Ja. Weil es auch einfach offensichtlich ja vermischt war. Also das Schlagzeug sollte ja nicht so extrem laut sein. Eben. Und übrigens zum Thema Auskü, Auskü, Üschkü habe ich schon auch von Ole verschiedene Aussprachen gehört. Also wie gesagt, ich glaube, der macht sich mittlerweile auch einen Spaß draus. Dass er drei Leuten drei verschiedene Aussprachen sagt. Würde mich nicht wundern. Ich bleibe bei Avsky. Ich würde es ihm zutrauen. Ja. So. Der ist Däne. Es kann eh wie. Es gibt, glaube ich, nur drei Dänen auf der Welt. Also das kann ja niemand überprüfen. Auf der anderen Seite heißt es auch, Dänen lügen nicht. Und wir wissen, alles, was in Liedern vorkommt, ist immer die Wahrheit. Vor allem in Parodieliedern. Das ist wichtig. Auf jeden Fall. So, dann lese mal deinen Kommentar vor. Ja, ich habe mir natürlich, ich muss den haben. Ich muss den haben, auch wenn es vielleicht eine längere Geschichte nach sich zieht. Und auch mir nicht nur neue Freunde macht im Internet. Aber so ist es halt. Den guten Saruman 666 raussuchen. Finde es ehrlicherweise etwas amüsant, dass es beim Thema Non-Asteos-Kanonen-Fieber mehrheitlich um die Person hinter der Musik geht. Während es bei anderen Bands immer ganz wichtig ist, dass das Werk ganz strikt vom Künstler getrennt wird. Dann lässt man aber auf die Musik nichts kommen. Unpopular Opinion. Kunst und Künstler trennt man immer gern, wenn einem die Mucke gefällt und weiterhin gefallen soll. Im entgegengesetzten Fall kann es gar nicht genug um den Künstler gehen. Ist es jetzt relevant, wer die Musik macht oder nicht? Kanonen-Fiebers sind scheiße, wegen Franks gekauften Klicks, Anwaltsgedöns. Aber Bursum bleibt true cult. Naja, egal. Obwohl Louis Cachet aka Varg, danke, dass du es übersetzt, ein Tabletop-Game über Rassenkriege promotet. Ich glaube, dem werden andere Dinge vorgeworfen als dieses Tabletop-Spiel. Wäre schön, wenn es nur das wäre. Während er in seinem Jeep in der französischen Pampa vom Endzieg der weißen Rasse träumt, ist halt einfach Sherry-Picking. Moment, das ist Quatsch. Es ist kein Jeep, es ist ein Lader. So viel Zeit muss sein. Das ist schon wichtig. Es gibt ein paar Kommentare dazu. Wir müssen jetzt nicht jeden einzelnen drauf eingehen. Ich finde halt an der Stelle, da macht er es sich A zu bequem, weil natürlich ist es immer ganz leicht. Der Kunst muss vom Künstler getrennt werden. Hier, guckt mal, Bursum. Und der Frank ist doch auch nur ein. Naja, also ein Visionär in der Musik, wie vague einer ist, hat vielleicht einen anderen Maßstab verdient, als jemand, der es im Pop-Hunk nicht gepackt hat. Das sind schon ganz verschieden. Das ist schon wirklich der Klassiker von einem Apfel- und Birnenvergleich. Und ja, Waag hat sich krassere Sachen zu Schulden kommen lassen, auf der moralischen Ebene, als ein Frank Riegeler. Wenn er denn so heißt, weiß ich gar nicht. Also ich will hier keine... Fraribu. Ich bleibe bei Fraribu. Reine Annahme, ja. Ich zitiere nur. Aber wenn die Musik langweilig ist und du dich dann einfach nur den Federn des Black Metal bedienst, um Aufmerksamkeit zu erregen und dann mit dem Shitstorm, den du selbst provozierst, derart leingeistig und feige umgehst, dann musst du dir halt eine gewisse Reaktion auch gefallen lassen. Und um eine Sache mal ganz klar zu sagen, Kanonenfieber wollten genau das haben oder der Frank will ja genau das haben, was dann auch passiert ist. Maximale Aufmerksamkeit. Der hat jetzt seine Tour mit Amon Amarth. Der hat jetzt seinen Label-Deal. Der hat jetzt alles, was er will. Also dem sein Plan ist zu 100 Prozent aufgegangen. Und um das einmal ganz klar zu sagen, ich würde niemals sagen, trennen Musik vom Künstler. Das darf jeder selbst entscheiden, wie er das haben will. Ich bin schon der Meinung, dass man sich immer bewusst machen muss, was die Leute hinter der Musik, was heißt muss, dass man sich durchaus bewusst machen kann, was die Menschen hinter der Musik so treiben. Aber der Vergleich, also lieber Saruman, es muss dir doch selbst klar sein, dass das hinkt wie der Teufel. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ehrlich gesagt genug über dieses Thema geredet. Ich habe es auch drunter geschrieben. Wir haben wirklich mehrfach über dieses Thema geredet. Ich habe sogar selbst diese Sache schon gesagt. Ich habe auch schon in Streams gesagt. Ich finde es auch ein bisschen komisch, dass man bei gewissen anderen Bands sagt, so jo komm, ist egal, was die gemacht haben. Und dann bei anderen Bands, die in Anführungsstrichen weniger schlimme Dinge gemacht haben oder weniger problematisch sind, dass man da die Musik komplett verteufelt, weil man sagt, der Typ ist ein Arschloch oder sonst irgendetwas. Faust ist immer mein Beispiel. Also wenn du so ein Beispiel möchtest, dann nimm bitte Faust von Emperor raus oder nimm andere Beispiele, die es zweifellos in der Musik gibt. Aber wirklich dieser Vergleich von Kanonfieber von Bursum hat bei mir alle Dinge angemacht. Und es soll keine Verteidigung übrigens sein, was Bursum angeht. Ich sage nur, man kann es halt nicht vergleichen. Ja, außerdem ist es ja nicht so, dass hier auf diesem Kanal oder so, beziehungsweise ich sehe jetzt kein uneingeschränktes Abfeiern von Bursum auf allen möglichen Kanälen oder so weiter. Bursum findet schon, gerade im deutschsprachigen Raum, sehr dosiert statt, sagen wir mal so. Und auch immer nur mit einem fetten Disclaimer bei 90 Prozent der Leute. Also es ist nicht so, dass man da, dass alle die Augen zumachen und sagen, ja geil. Nein, überhaupt nicht. Also ihr könnt, nee komm, lass uns das Thema an der Stelle nicht aufmachen. Nee, ich will es gar nicht so. Mich hat nur dieser Vergleich, das muss jetzt noch einmal sein. Nee, ist schon okay. Ist schon okay. Das ist keine Ahnung. Also das ist ja wie, weiß ich nicht, wenn sich irgendwelche No-Name-Bands mit Metallica vergleichen, das funktioniert halt auch nicht, weil die Dynamiken da anders sind. Ja, wenn du einen, jemanden wie James Hetfield in Gucci-Klamotten mit Zigarre vor dem Gucci-Store stehen siehst, dann ist das halt, der Typ ist halt einer der erfolgreichsten Musiker überhaupt. Das hat nichts damit zu tun, dass der kein krasser, dass der für die Metal-Musik nichts getan hat oder die Szene verraten hat. Der ist einfach nur ein Multimillionär und der Multimillionärsachen hat. Ja, dazu kommen wir im Hauptthema auch noch mal ein paar Mal, glaube ich. Das ist richtig, das ist richtig. Das wird auch noch ein interessanter Punkt werden. Ich möchte, wie gesagt, das Thema jetzt gar nicht weiter vertiefen. Ich komme mal zu einem etwas lustigeren Kommentar, wo ich dir auch sagen, ich wollte dir ja noch den Witz erklären, den jemand gemacht hat. Ja, ja, bitte. Nimm ich der gut, ach, guck mal hier, bin ich verrutscht? Achso, nee, das ist der gleiche. Nein, das ist der gleiche, der auch den Ausgü-Kommentar gemacht hat, der Tjall, Tjallzvi, der Tjallzvi. Wir bleiben bei Tjall, denke ich. Oder Tjallzvi, sagen wir auf Tjallzvi, der Tjallzvi oder Tjallzvi, der Tjallzvi hat geschrieben, wo kommen sie her? Na, aus Bad Uschka, gleich beim Andi um die Ecke, tendenziell Richtung tschechische Grenze. Ja, weil ich doch gesagt hatte in dem letzten Video, können sie sich nicht den Bandnamen einfach teilen, die beiden Streitparteien, die beiden Bad Uschkas. Einer kriegt Bad und der andere kriegt Uschka. Und hat eher aus Bad Uschka gemacht als Kurort. Und ja, es klingt tatsächlich, wenn man so schreibt, wie ein Kurort. Ach du lieber, okay, alles klar, ja gut, da war meine Leitung eindeutig zu lang. So, das muss ich unbedingt noch klar machen. Hast du sonst noch eins, was habe ich? Ja, dann wollte ich gerade sagen, dann kann ich den anderen, den ich mir rausgesucht habe, ja noch machen. Ja. Und zwar vom guten Into Eternity. Ich danke dir, Into Eternity, dass du sie in die Hand genommen hast und das einfach mal gewürdigt hast. Ganz großen Respekt, dass ihr beiden um diese Uhrzeit da einfach einen Podcast aufgenommen habt. Dankeschön. Die Uhrzeit hat wirklich wehgetan. Aber ich finde, es hat sich gelohnt. Ja. Und einen schönen Hintergrund, außer natürlich mein Kupferflachrelief, gibt es ja sonst nicht. Das stimmt. Ich finde es schön, dass ich in dem Podcast schon ein neues Wort gelernt habe. Man lernt nie aus, das ist hier unser Bildungsauftrag, ne? Nee, aber ich fand es auch geil. Es war schwierig, es war schwierig, so früh da sich hinzusetzen. Aber es hat auch unglaublich viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Ich finde auch. Aber als wir saßen, ging es ja noch. Aber was man in den Videos halt nicht sieht, logischerweise, ist halt immer der Sackgang dahin. Also dafür, dass wir um 7.30 Uhr das Video aufnehmen konnten, heißt ja wirklich, dass wir einen Weg auf dieses Gelände suchen mussten, einen Platz finden mussten, gucken, dass es vom Ton her passt, die Kamera ausrichten, haben wir alles drauf, nimmt es hier auf, nimmt es da auf. Nimmt es immer noch auf. Nimmt es immer noch auf, haben wir ja ein bisschen zu sehr vernachlässigt. Ja, ja, das stimmt schon. Ja, deswegen haben Leute manchmal Kamer... Ich glaube, deswegen gibt es sowas wie Kameramänner und Kamerafrauen. Kamerapersonen. Sagt man da, glaube ich. Kameramenschen. Menschen mit einem Kamerahintergrund. Oh, das ist schön. Das gefällt mir. Wir waren Personen mit einem Partisan-Hintergrund. Ich war vor allem Personen mit 2,0 Promille-Hintergrund wahrscheinlich. Apropos. Apropos ein zweipromilliger Hintergrund. Genau, ich habe hier noch die Krawallbrause XX, die hat auch einen Kommentar hinterlassen. Und ich lese einfach mal vor. Es wurden keine Zahlen genannt, aber ich fand es dieses Jahr gefühlt sehr voll. Es geht ums Partisan. Besonders gemerkt habe ich es bei der Zeltbühne, wobei fast jeder Band kaum ein Durchkommen war. Und ich oft in der Menschenmasse stand und mich fragte, Leute, was macht ihr alle hier? Wer kennt denn bitte diese Band, die gerade spielt? Ja, das habe ich mir auch gedacht. Mir fällt da spontan der Auftritt von Worga ein, über die ich in den vergangenen Jahren schon immer mit vielen Menschen sprechen wollte und mich nicht erinnern kann, dass ich jemals irgendwer, die auf dem Schirm hatte. Aber war in den letzten Jahren wesentlich entspannter, zumal die Art gar nicht richtig sagt, man weiter hinten in dem Zelt wirklich nicht mehr gut sieht. Was sicherlich auch mit der leichten Schräge im Boden liegt, die von der man vor der Hauptbühne im gegenüberliegenden Richtung profitiert. Ich kann mich auch nicht entsinnen, dass der Zeltplatz in den vergangenen Jahren so weit nach hinten raus befüllt worden ist. Am Ende des asphaltierten Bereiches konnte man noch immer Minuten über die Wiese laufen und hatte am Ende des Zeltplatzes immer noch nicht erreicht. Ich frage mich, ob die Lobes Hünder und Fieder mit Metal-YouTuber und Podcast auf das Party seit den letzten Jahren dazu beigetragen haben. Ansonsten war alles wie gewohnt geil und das Ticket für 2025 ist bestellt. Viele Grüße. Er sagt viele Dinge, finde ich, die wir in dem Podcast rüberbringen wollten. Und ja, ich habe auch keine offiziellen Zahlen gehört. Ich habe auch keine inoffiziellen Zahlen gehört, aber das waren auf jeden Fall zehn, wenn nicht mehr. Ja, ich habe es auch. Ich merke es. Wie gesagt, ich bin zwar die meiste Zeit auch auf dem DIP-Campingplatz unterwegs, seit Jahren auch da am Campingplatz. Aber auch selbst da merkt man es, dass ich über die Jahre merkt man, dass es dort immer voller wird. Ich habe dieses Jahr wirklich kaum einen Platz gefunden, obwohl ich wirklich zur ersten Band kurz, also eine Stunde bevor die erste Band am Donnerstag gespielt habe. Also ich bin nicht irgendwie zwei Tage später gekommen. Ich bin kurz vor Beginn gekommen, als es Donnerstag war. Und es war kaum ein draufkommen. Und ja, auch wenn man auf dem Zeltplatz rumläuft, ich habe auch das Gefühl, man kann immer weiter nach hinten laufen mittlerweile. Ja, also es gibt bei uns eine Tradition, die so ein traditioneller Festivalspaziergang ist. Und normalerweise, also das heißt normalerweise, es gab schon so volle Editionen, finde ich. Aber am Ende der asphaltierten Strecke ist fast immer Schluss gewesen. Ja. Also das hat mich schon sehr, sehr, sehr gewundert. Aber gut, es ist wie es ist. Und ja, auch meine Tickets sind bestellt für 25. Echt? Hast du schon? Es gab ja diesen Early Bird hier. Ja, ja. Das ist, äh... Ja, Dead Bird kostet halt dieses Jahr 150, ne? Ja, ja. Ja, das ist... Und, äh, ja, das war dann wieder... Naja, ich sag's jetzt, ich sprech's jetzt nicht aus. Ich überleg mir das für das nächste Jahr, muss ich ganz ehrlich sagen, nochmal, ob ich nächstes Jahr... Also ich mach's nächstes Jahr auch abhängig davon, wie das Dortmund-Dev-Fest aussieht. Muss ich ganz ehrlich sagen, weil wenn das ein fettes Line-Up hat und die Leute, die ich im Ruhepod kenne, auch dahin gehen und mir auch eine Unterschlupf bieten, dann bin ich geneigt, eher da hinzugehen. Beides mach ich nicht, weil zwei Festivals, große Festivals hintereinander, das... Ne, das ist nicht mehr meins. Das ist... Das kann ich leider nicht mehr dienen. Ja, bei uns ist es fast ein bisschen die Diskussion, ob wir eben Obscene Extreme machen oder auch Chaos Descent, das ist ja auch kurz vor die Woche vorher. Ja, Brutal Assault ist auch parallel zum Beispiel. Ach, Brutal Assault, das verwechsel ich auch immer wieder mal ganz gern. Naja, mal gucken. Aber ich hab jetzt auf jeden Fall mein Partisan-Ticket bestellt. Im Zweifel hat man's noch immer verkauft gekriegt. Hm, 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 genau, genau, so. Naja, lassen wir uns mal ins Thema starten. Ich wollte gerade sagen, wir haben noch keine... Sonst machen wir ja noch ein zweites Video über das Partisan und das muss ja... Ja, das muss nicht sein, aber ich merke gerade schon, wir sind noch nicht mal bei einer halben Stunde und gehen schon ins Hauptthema. Das ist ja heute mal richtig fix, wie wir unterwegs sind. Ja, so ist es halt, ne, dienstags, wir sind aufgeräumt, es ist, äh, ja, wenig plauderig irgendwie heute so, also auch die Kommentare waren ja auch recht, äh, überschaubar, ne, hast du fast viel Festival-Nostalgie gehabt beim Partisan-Video, wo man, was soll man da groß zu sagen, und man kann's ja auch aussprechen, das Proberaum-Video, wo ich mir jetzt noch Kommentare hätte aussuchen können, das performt jetzt nicht so, auch was die Kommentare angeht, das hat jetzt für mich auch nichts hergegeben und da geht sowas halt einfach auch mal schnell. Ja, das, 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 das stimmt schon, aber es muss ja auch nicht jedes, ich sag mal so, gerade das Proberaum-Video, das ist ja auch eher so ein bisschen so, so ein, wie soll ich sagen, so ein Leidenschaftsding gewesen, ne. Wir sind ja auch beide, wir kennen beide diese Proberaum-Erfahrung, das, das teilt nicht jeder, das, das ist auch eher was, wenn man selber im Proberaum war, dann hört man die Folge lieber, als glaube ich, wenn man das selber gar nicht nachvollziehen kann. Ja, absolut, zum einen das und zum anderen muss man ja auch einfach sagen, unsere Bands sind ja jetzt auch nicht so famous, dass es, dass die Leute jetzt gehofft haben, irgendwelche krassen Insider-Informationen zu kriegen, also so spannend ist es da nicht. Ich hab ein bisschen gehofft, das In-Ear-Thema zündet noch ein bisschen mehr die Kommentare an, aber da hatte ich ja nur eine Frage danach. Und was soll ich hier jetzt dann, wenn es niemand hören will, über In-Ear-Systeme reden? Ja, das, das stimmt, das stimmt tatsächlich. Wir wollen, reden wir lieber mal, ich bin mal gespannt, wie diese Folge, wie dieses Hauptthema performt, weil das kann ich überhaupt nicht einschätzen, weil Punkrock, es geht um Punkrock, es geht so ein bisschen um unser Verhältnis zum Punkrock, es geht auch, als, damit wir irgendwie auch etwas haben, woran wir uns entlanghangeln können. Das alte Spiel kennt ihr, drei Scheiben, drei Tapes, drei Alben, drei, was auch immer, drei Veröffentlichungen, die wir mit auf einer einsamen Insel nehmen würden, wenn es um Punkrock geht. Es ist natürlich jetzt nicht so, das sind jetzt keine Top 3, ihr wisst, ihr kennt das Spiel, es sind mehr so Sachen, die wir jetzt kuratiert ausgewählt haben. Sie sollen eine gewisse, ja, hinter jedem Pick steckt ein gewisser Sinn, da haben wir uns was überlegt dazu. Aber wie gesagt, es ist keine Liste auf Vollständigkeit und drei wäre noch viel zu wenig, um da irgendwie eine Bestliste mitzumachen. Ja, das muss man jetzt an der Stelle einmal ganz klar sagen, also sowohl Adrian als ich haben eher den Punkrock-Hintergrund, also ich bin nicht als Blackmetaller auf die Welt gekommen, ja, das ist, ich habe früher in den 90ern, Anfang der 2000er viel Punkrock gehört und ich habe jetzt beim Auswählen, als wir über das Thema sprachen, auch gemerkt, ich muss mich da jetzt ein bisschen limitieren, weil Punkrock ist eigentlich im Endeffekt für mich fast so, als wenn du sagst, dreimal Metal für die Insel. Also Black Metal, Death Metal, Trash Metal, müsste ich da alles zusammen in eine Dreier packen. Deswegen habe ich mich jetzt dafür entschieden, zum Beispiel, was ich früher viel gehört habe, den ganzen Eu-Sektor und den ganzen Rock-Sektor wegzulassen. Also wirklich, bei mir bin ich dreimal jetzt wirklich auf das Thema Punk gegangen, auf Rebellion, auf Widerstand, auf das, was das Punk-Thema für mich gemacht hat und einfach auch, ich habe hier drei CDs, also bei mir sind alles CDs. Bei mir sind es Tapes. Als ich, ja, als ich damals gehört habe, hat Punk gehört habe, hat für mich kein anderes Medium eine Rolle gespielt. Digital gab es nicht, zumindest so, dass ich es nachvollziehen konnte. Platten waren überhaupt kein Thema und, ja, gebrannte CDs hast du so mit hin und her geschleppt und dann halt noch die Originale dann für zu Hause gekauft. Oder in meinem Fall fürs Auto. Stimmt. Wo dann auch noch eine kleine Anekdote kommen wird. Ich werde zu jeder CD jetzt auch nicht unbedingt groß was zum Aufnahmeprozess sagen oder so Geschichten, sondern es geht mir mehr so um die anekdotischen Geschichten, die hinter diesen ganzen Veröffentlichungen stecken, hinter den Bands stecken und auch die für mich alle für eine gewisse Zeit stehen, obwohl alle drei Alben, die ich habe, innerhalb von einem Zeitspektrum von vier Jahren aufgenommen wurden. Ja, also alle, wir sprechen uns ja vorher ab, dass wir keine Doppelungen haben, alle diese drei Alben wurden im Zeitraum von 1994 bis 1998 aufgenommen. Das ist krass. Bei mir sind es, glaube ich, gut, ich weiß jetzt nicht genau, von wann das Underground-Tape ist, ich schätze aber auch mal, dass es von Anfang der 2000er ist. Bei mir sollten es ein Zeitraum von 20 Jahren sein, 83 bis 2003, 2004 oder so in die Richtung irgendetwas. Vielleicht auch ein bisschen später, aber irgendwas so in die Richtung. Ja, und wie gesagt, außer CD hat damals für mich nichts eine Rolle gespielt und ich bin auch niemand, der sein, also ich habe jetzt nicht die Sammlung, dass ich von Platzproblemen reden muss und meine CD ist dann irgendwie ein Lager. Also so viel ist es dann einfach auch nicht. Also ich komme mit zweieinhalb Regalen noch gut aus und ja, also deswegen, ich kaufe jetzt einfach nicht nur, weil ich das unbedingt haben muss, jetzt nochmal auf Vinyl, auch wenn es das bei zumindest zwei Veröffentlichungen, die ich hier habe, problemlos für einen schmalen Kurs möglich ist oder wäre. Das stimmt, das stimmt. Ich habe mir so ein paar Sachen immer noch auf Tape gehabt und so weiter. Ich habe auch gerade nochmal, falls ich mich verwundert, was ich eben gemacht habe, ich musste gerade nochmal das Tape aus dem Rekorder holen, der da steht, weil ich hatte es mir vorher, bevor wir hier angefangen haben, während ich mich vorbereitet habe, nochmal ein bisschen gehört auf meinem Kassettendeck. Ich habe tatsächlich, und da kommen wir auch gleich zu, wenn wir dann sehen, die ersten Release kommen, die wir haben, das ist tatsächlich auch meine Tape-Sammlung, meine Tape-Musik-Sammlung, meiner modernen, das ist, das erste war ein Punk-Tape bei mir tatsächlich. Und das ist, ich sage mal so, ich habe gar nicht, ich habe mal geguckt, ich habe viel weniger Veröffentlichungen auf physischen Datenträgern, weil ich tatsächlich damals, als ich Punk gehört habe, noch sehr, sehr jung war, also wirklich noch so ein Teenager. Und das war so, man war halt ein Pleitegeier, ne? Ja, ja, absolut. Also entweder hat man es sich brennen lassen von anderen Leuten, oder ich habe halt, es lief da ja auch viel, so Jugendradio, da lief ja auch gerne mal Punk-Rock und so weiter. Da habe ich tatsächlich auch viel aufgenommen, so aus dem Radio, so die Sendungen und so weiter und habe mir es da gehört. Oder halt später, das war ja auch so ein bisschen mein erster Berührungspunkt, mit Punk-Rock halt so die lokalen Bands, die halt bei uns da, Limburg, große Punk- und Metal-Chor-Szene und am Anfang halt vor allen Dingen Punk. Also ist man halt da hingegangen zu den Locations und hat sich da halt auch, war ja auch egal, was lief, es hat drei, vier Euro gekostet, ist mal ein Reihenscheiß drauf. Und das Bier hat einen Euro gekostet, kostet heute auch noch einen Euro. Schaut auch noch ein Skalbwerk. Und ja, geil, eine Flasche Hansa und dann gib ihm ein bisschen Punk-Rock hören. Das war so, war geil. Konnte man mal machen. Ja, das hat bei mir, also diese ganze Punk-Konzert-Kultur, muss ich sagen, war bei mir gar nicht so ganz groß das Thema, weil ich mit Punk-Rock immer sehr alleine war, was die Musik angeht. Also das ist, was ja manche Leute sich so mit Metal empfunden haben, das war bei mir gar kein Problem. Aber Punker gab es wenig immer. Also die, mit denen ich so rumhängen wollte, sagen, was man so Würzburg hatte damals, da werden jetzt vielleicht die einen oder anderen Großstädter vor Lachen vom Stuhl fallen. Aber tatsächlich ist das schon, Würzburg hat einen sehr großen Drehkreuzbahnhof und da war die Punk-Szene schon durchaus sehr im Geiste der Sexpistels unterwegs, würde ich mal vorsichtig sagen. Also Oldschool. Das war sehr Oldschool und das war auch alles sehr ernst, was den Punk angeht. Also ich habe Punk auch zuallererst als sehr ernste Musik kennengelernt. Echt? Tatsächlich? Absolut, absolut. Also dieses Party, wie du sagst, Hansa für einen Euro und Live-Konzert in einem betreuten Umfeld, nenne ich es jetzt einfach mal vorsichtig mit einem Kaltwerk, das war bei mir so, habe ich Punk nicht kennengelernt. Ich habe Punkrock wirklich aus der Boombox, entweder gebrannte CD oder auch Tape, wobei das romantisiere ich jetzt vielleicht. Ich glaube, realistisch zum damaligen Zeitpunkt waren da keine Tapes am Start. Das waren diese ganz normalen Multi-Rekorder aus dem Mediamarkt oder wie die Dinger heißen, keine Ahnung. Oder sonst woher, CD rein und lautstark am Bahnhof und Rotwein und Aspirin. Einfach so, Hauptsache, das Hirn gemacht ist kaputt. Ja, so diese typischen CD-Decks halt. Diese großen, ich habe hier auch einen stehen. Ich habe auch da drüben eins, das habe ich jetzt aber auch keine Lust zu holen. Wenn ich das jetzt raussroppe hier, dann fliegt es mir um die Ohren hier alles. Jeder kennt das, da ist ein Tape-Deck drin, CD-Player. Bei mir kannst du noch einen USB-Stick anschließen. Stimmt, es hat auch einen USB-Anschluss. Und also, was ich nur an dem Ding nicht mag, ist, dass es keine Aufnahmefunktion für Kassetten hat, weil das ist auch immer ganz geil, wenn ich Tapes aufnehmen will. Aber gut, kann man nicht haben. Das habe ich beim Plattenspieler. So eine Plattenspieler-Überspielfunktion, meinst du? Genau, also nicht von Platte zu Platte logischerweise, sondern von Platte auf Kassette aufnehmen kann. Das ist cool. Ja, so ein etwas älteres habe ich noch im Keller. Das hat ein Doppel-Tape-Deck, auch wenn man Tapes überspielen wollte. Ja, das hast du ja damals gebraucht. Oder auch vierfach, also das kenne ich auch noch. Aber tatsächlich, das, was du eben gesagt hast, ich will jetzt nicht zu sehr vom Thema abkommen. Wir reden gleich noch genug über Tapes. Ich habe nur Tapes dabei hier, also bei meinen Hauptpicks. Was ich sagen wollte, ist, bei uns gar, Limburg auch, Bahnhof-Szene und so weiter, auch Pusteblume. Das war halt vor dem Rathaus, der Brunnen und so weiter. Da hingen auch die ganzen Punks rum. Ich bin tatsächlich dadurch mit Punk in Punk mit Berührung gekommen. Klar, in der Schule hatten halt Leute, die halt zu der Punk-Szene nachstanden. Und da gab es natürlich in der Schule auch viele, die halt gar nicht mal so tief in irgendeiner krassen Musikszene drin waren, aber da halt so Sachen wie Sum 41, Blink-One, 82 und so weiter sehr populär waren. Da hattest du halt so diesen Mainstream-Punk natürlich auch irgendwo in der Schule mit dabei. Lief dann auch auf Partys und sonst irgendwo. Aber dadurch, dass ich auch später so ein paar Leute aus der schwarzen Szene, Gothic-Szene und so weiter kennengelernt habe und dann mit denen so bis drum gehangen bin, kam ich dann auch eher so zur Punk-Szene, weil die hingen dann halt alle so, weißt du, so im Freien rum. Weißt du, alle kaum Geld, weißt du, alle so, ja, was macht man? Man hängt halt draußen irgendwie am Bahnhof, vorm Rathaus oder sonst wo rum, trinkt irgendwas und hört dabei, wie du schon richtig sagst, über irgendeine Box Musik und labert halt miteinander. Ja, also genau, mehr war da bei mir auch nicht so am Start. Und das ist auch, die Verknüpfung fehlt mir auch vollständig übrigens. Also das Punk und Goff, das, also Punk war bei uns, so wie ich ihn kennengelernt habe, ein geschlossener Kreislauf. Du warst Punker oder gegen uns? Ja gut, Würzburg ist halt auch größer als Limburg. Limburg ist jetzt nicht so riesig, dass es da, also wir haben, Limburg hat mit allen Stadtteilen zusammen, die Truhungen sind 30.000 Einwohner. Ja, Würzburg ist jetzt auch, da kann ich nicht mit Größe glänzen. Das muss an der Lage gelegen haben. Das ist an diesem Bahnhof einfach, ja, okay, also gegen Vergleich zu Limburg schon, aber. Das, ja, ich weiß aber, worauf ich hinaus will. Klar, und natürlich Drehkreuz auch nochmal, kommt noch hinzu. Also hier halten einfach sehr, sehr viele Züge, die nach ganz Deutschland unterwegs sind und ja, auch viele Punker, die eben in der Obdachlosigkeit sind. Gibt es ja durchaus dann auch die berühmte, wie ist sie denn, Vier-Wochen-Regel? Ich weiß das gar nicht mehr, wie das heißt. Ach, keine Ahnung. Kann uns jemand drunter schreiben, der sich damit besser auskennt. Also das ist, du musst in Bayern deine Destination immer wieder wechseln, wenn du keinen Wohnsitz hast, wenn du innerhalb von einem Zeitraum mehrfach von der Polizei aufgegriffen wirst, dann kommst du da, wirst du weggesperrt. Deswegen war immer Würzburg immer viel Treffpunkt auch. Also deswegen, ich habe es immer darauf zurückgeführt, weil die Punk-Szene hier war wirklich relativ wenig, das war wenig Spaß. Ja gut, klar, diese etwas soziale Komponente gab es natürlich hier auch und so weiter. Aber ich würde es, also so ernst, wie du es beschreibst, fand ich es zumindest bei uns nie empfunden. Vielleicht habe ich es auch nie so mitbekommen, das ist natürlich auch so ein Ding. Ich war halt auch Teenager, auch das darf man nicht vergessen. Man neigt dazu, manche Dinge zu sehr zu bare Münze zu nehmen, wenn man noch jung ist und er keine Erfahrungen hat, auf die man zurückblicken kann. Auch das ist ja durchaus eine denkbare Situation. Wollen wir mal anfangen mit den Picks, weil ich habe was, was ganz gut passt zu dem Thema, weil ich jetzt schon die ganze Zeit über die Limburger Szene und so weiter am Erzählen war. Und ich habe hier ein Tape von, ich muss doch erst mal nachgucken, weil das ist tatsächlich ein Punk-Tape von einem Kumpel von mir, der ist vor, jetzt vor zehn Jahren verstorben, ziemlich genau vor zehn Jahren. Und ich hatte da so aus seinem Nachlass, ich hatte so Teile seiner Musiksammlung bekommen und da war auch so ein Punk-Tape mit dabei. Schurkenstaat, die Fänge der Demokratie. Und das sieht doch sehr, sehr geil aus. Also erst mal... Schmissig im Schwarz-Rot-Gold, ja. Ja, ja, erst mal schön hier auch... Ja, genau, es ist auch... Ach ja, genau, ich zeige dir auch nochmal hier. Also ja, Deutschlandflagge, auch das E ist ein Eurozeichen, wie ausgeschnitte Buchstaben, ein etwas abgewandelter Bundesadler und hier ist auch irgendwo noch so ein Bundeswehrbegräbnis. Also alles kommt hier zusammen. Also hier ist wirklich alle Polit-Punk-Sachen aus Deutschland werden hier bedient. Da werden mit den großen Klischees gearbeitet, jawohl. Die Tracklist ist auf ein altes Stück, ja, ich glaube, Packpapier, wie man es so aus dem Versand kennt. Steht da nur eine 34 drauf, es ist limitiert, ich weiß nicht, auf wie viel, ich weiß nicht, die Nummer 34 von wie viel, das haben sie nicht dazu geschrieben. Und ja, alles selbst überschrieben, alles selbst gemacht hier. Ich musste auch erst mal im Vorfeld ein bisschen, weil, wie gesagt, ich kannte die Band nicht, bis ich da ein bisschen recherchiert habe im Internet und dann geguckt habe, ach so, das sind die Leute von Frontex. Das sind die Leute von Frontex, das ist ihre Vorgängerband gewesen, Schurkenstaat. Und Frontex, das war ein Teil dieser Punk-Szene, von der ich hier gerade erzählt habe, aus Limburg. Die sind auch teilweise, sind das die Leute, die auch das Kakadu da betreiben oder so mitverwalten, da wo diese Konzerte sind, wo das Hansa immer noch einen Euro kostet und solche Sachen. Die hängen da mit drin, das ist sozusagen deren Punkband. Und ich habe es eben mal auch hier über das Tape-Deck laufen lassen, meine Freundin oder so, das klingt wie Rechtsrock. Und ich so, ja, das ist eigentlich super linker Bank, aber die Aufnahmequalität ist absolut unterirdisch. Das Geplärre könnte auch, keine Ahnung, was absurd sein von der Qualität her. Aber sie besingen halt in absolut alles Mögliche, was halt irgendwie, was halt so die Punk-Klischees sind. Weißt du, so erstmal auch etwas gegen die eigene Szene, so früher war ich auch mal Punk. Das war auch über Armut, Hartz-IV-Armee, Kulturkampf, Fahnen im Wind und mal wieder gegen Nationalstolz und so ein Krempel. Hast du schon gesagt, wann ist denn das? Anfang der 2000er, so 20 Jahre alt ungefähr. Ja, weil so krass alt, wenn es um Hartz-IV geht, kann es ja noch gar nicht sein. Jaja, das ist so, Hartz-IV kam ja so eins, zwei, zwei um den Dreh. Ja, so an der Kante, ne? Ja, genau. Ich gehe mal davon aus, so aus dem 2000, die Band gab es, ich kann hier nochmal kurz, ich habe mir hier, ich habe mir extra mal Notizen gemacht, von 2002 bis 2007 gab es die Band. Und ich gehe jetzt mal, keine Ahnung von wann, also wie gesagt, das ist Do-It-Yourself, die haben sich jetzt hier kein Copyright reingeschrieben und es gibt auch nicht viel über die Band, weil es halt vor allen Dingen eine lokale Band ist. Aber ich gehe halt schwer davon aus, mein Kumpel ist auch so, der, der, der das hatte, der war ein paar Jahre jünger als ich, der war glaube ich Jahrgang 90, ich gehe mal davon aus, wenn das so von 2006 ist maximal oder von 2005, irgend sowas in der Richtung auf jeden Fall. Ich kenne ja auch die Leute, die dahinter stecken, die Aufnahmenqualität ist absolut unterirdisch, teilweise live aufgenommen, teilweise wahrscheinlich einfach den Kassettenrekorder in den Proberaum gestellt. Aber das, das ist für mich, das ist für mich richtiger Punkrock. Das ist Punkrock, wie ich ihn halt auch kenne, wenn ich früher irgendwo reingegangen bin. Es war alles scheißegal. Kacke, wie es, egal wie kacke es klingt, Hauptsache auf die Fresse, Hauptsache gegen Stab, gegen Bullen, gegen alles. Gegen alles, gegen nichts, ne? Ja, gegen alles, gegen nichts, genau. Wenn du, ja, ganz ehrlich, manche Lyrics, wenn du so hörst, so ja, bleib daheim sitzen und guck halt weiter Fernsehen und so weiter und mach dir keine eigenen Gedanken und so ein Krempel, das könntest du auch teilweise absolut in die Schwurbelecke packen. Ja, es ist ja auch nicht immer, Punk ist ja auch jetzt keine Musikzielrichtung, die die Absolution für alles hat, ne? Das sind ja jetzt auch keine Unschuldslammer, auch wenn es immer wieder so kommt, ne? Also es ist, man muss auch nicht immer alles überpolitisieren, aber es ist ja eine Szene, die sich schon immer sehr politisch äußert und, äh. Ja, ja. Wie gesagt, ich kenne ja auch die Leute, die dahinter stecken und ich habe auch schon Konzerte mit denen organisiert und so weiter und also in der Location von denen und da habe ich dann vorher so Absprachen und so weiter gemacht und da kam man halt auch immer ins Gespräch, da kamen halt schon oft so Aussagen wie, ja, die Medien, ja, die Medien werden doch eh vom Staat hier kontrolliert und sonst irgendetwas und so. Also alles, was man eigentlich so von Verschwörungstheoretikern heute kennt, das war halt so im Punkrock schon jahrelang irgendwie, aber das war halt damals noch mit so einem mehr anderen Twist gesehen, ne? Ja, es ist, es ist alles nicht neu, also das ist, es ist ja alles nicht neu, es ist alles nur mehr sichtbar heute, aber bevor wir uns da jetzt zu sehr aufs Glatteis bewegen. Nee, ich wollte nur, ich komme da gleich auch nochmal bei einer anderen Band da so ein bisschen drauf. Manchmal, aber da reden wir gleich drüber, ich will das jetzt noch gar nicht zu sehr auf das Fass aufmachen. Ja, ich möchte es bei mir gern chronologisch halten, deswegen, ich könnte jetzt eigentlich noch gut anders anschließen, aber ich bleibe dabei, wie ich es mir gedacht habe. Mach, 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 wie du willst. Also ich habe jetzt gesagt, Punk war für mich immer sehr ernst, sehr direkt, sehr aufgeladen, sehr kurze Zündschnur, es hatte viel mit Alkohol, Gewalt und allem Möglichen zu tun. Ein Album, das auch für meinen persönlichen Werdegang in diese Musikstilrichtung sehr stark gesorgt hat, ist 1994 erschienen, bei dem kleinen Indie-Label Warner Music oder einem Sub-Label von Warner Music natürlich. Gilt auch mit, ich meine, über 20 Millionen verkauften Lohnträgern zu einem der erfolgreichsten Musikalben aller Zeiten. Aber es wäre komplett verlogen, es beim Thema Punkrock hier nicht reinzunehmen. Und jeder, der mich kennt, weiß meinen Softspot. Duki. Duki von der Band Green Day. Green Day sind schon so viel länger dabei, als die meisten Leute es überhaupt auf dem Schirm haben, glaube ich. Also ich habe es jetzt nicht nachverzogen, das Album ist von 94. Als es rauskam, war ich sechs Jahre alt. Also ich habe nicht am Erscheinungstag dieses Album gekauft, sondern ich bin da, das waren so meine ersten, mit ersten musikalischen Gehversuche, natürlich auch über Tony Hawk's Pro Skater. Für mich damals alles. Da ist Basket Cade drauf, da ist Burnout drauf, da ist Pulling Tees drauf. Das Album ist garantiert nicht das allerbeste Punkalbum, das jemals rauskam. Und auch Green Day ist jetzt eine Band, die heute natürlich weit weg von dem ist, wofür Punk steht oder stehen sollte. es ist ja auch ganz klar, wir reden hier von US-Amerikanern. Ganz anders als dein Tape, bis du überhaupt mal über den großen Teich kommst, mit einer Musikstilrichtung wie Punkrock, da musst du ja ganz andere Wege gehen, da musst du ja ganz anders erfolgreich sein, da kannst du gewisse Sachen überhaupt nicht machen, da kannst du dir keine Aufnahmequalität von Oma aus dem Arsch erlauben. Da relativ bekannt über dieses Album ist hier hinten diese Pogo-Truppe, wo mittendrin einfach Ernie ist. Also ich weiß nicht, ob man das hier... Zieh es mal ein bisschen mehr zu dir, genau. Das Ernie, der Ben oder? Ernie aus der Sesamstraße steckt hier mittendrin. Das ist nur an der Deutsch, so könnt ihr mal gucken, ob ihr eine deutsche oder eine US-amerikanische Version habt, in den US-amerikanischen darf Ernie da gar nicht drinstecken, die hätten den Copyright weggeklagt bekommen, bis gar nichts mehr gut ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, im ersten Augenblick habe ich gedacht, du meinst ein Krachmucker. Ach so. Den Ernie. Da weigere ich mich, ihn Ernie zu nennen. Der Mann, es ist bekannt, wie er heißt, der hat sich mir als Ben vorgestellt und er wird für mich ewig Ben bleiben. Ja, ich glaube, das ist jetzt auch kein... Kein Geheimnis, wie er heißt. Das ist, glaube ich, kein Geheimnis. Nee. Aber ich hätte es jetzt auch lustig gefunden, du triffst Doki um, siehst so einen Moshpit und da stellst du einfach mal... Wie... Keine Ahnung, der war wahrscheinlich nach zehn Jahre alt oder so. Oder zwölf, keine Ahnung. Ben ist ein paar Jahre älter als ich. Also der kann 94 schon... Ich müsste ein 80er sein. Oh, oh, oh. Jetzt will ich den Fass aufmachen. Ich gucke es nach. Aber du weißt, wie ich mit Geburtsdaten bin. Ich bin da ja eine echte Waffe, wie wir jetzt beim Thema Helford und Ossi gelernt haben, bin ich bei Geburtsdaten eine echte Bank. Also da kenne ich mich aus. Ja, das stimmt. Ja, guck mal hier. Also laut Metal-Archives ist der Ernie. Ja, da war der 14, steht da. Ja, ja. Also das ist... Der könnte da schon dabei gewesen sein, ne? Aber gut. Da wollen wir wieder Kinder noch Festivals werden. Wollen wir wieder. Was ich über das Album recht interessant finde, ich habe keine Recherche unternommen, sage ich euch ganz ehrlich. Also wenn da was nicht hundertprozentig passt, schreibt es mir gerne drunter. Aber ich finde es so... Also ich fand, was man so im Laufe der Zeit über dieses Album ist, ich immer wieder... Und ihr werdet übrigens überrascht, bei wie vielen Metal-Musiker, Musikern, Metal-Fans etc. ihr dieses Album im Schrank findet. Also die dazu eine Geschichte erzählen können. Ich wäre überrascht, wenn du es nicht auch mal früher gehört hättest, Adrian. Das ist einmal habe ich natürlich gehört. Ich habe natürlich auch... Ich wollte eigentlich auch mal auf ein Green Day-Konzert in der Schule gehen. Ich wäre auch hingegangen, da wäre es mein erstes Konzert, wo ich jemals gewesen wäre, gewesen, aber es wollte keiner mit. Das ist der einzige Grund, wo ich nicht zu Green Day gegangen bin. American Idiot, da wollte ich auf die Tour gehen. Ja, das ist... Ja, da war ich... Also als American Idiot dann kam, war ich schon fast wieder raus, muss ich dazu sagen. Aber die Dookie klingt auch noch ganz anders. Also wir sind natürlich weit weg von Street Punk oder sowas, aber ey, das ist ein Album, das hat Hits. Aber was ich ganz witzig finde oder im Album, der AR, der das bekommen hat, die Band vom Label, das müsste ihr erster Major-Vertrag auch gewesen sein. Das ist das dritte Album von Green Day. Hatte vorher sehr lange versucht, Black Sabbath in die Charts zu bekommen und hatte vorher die Band Black Sabbath betreut und hat dann... Nein, echt? Doch. Hat dann als nächste Band, wenn ich das noch richtig weiß, Green Day bekommen. Und ja, von Ozzy zu Green Day, das ist schon... Ich glaube, ein Schritt, den er nicht bereut hat und ist ja mit Dookie auch gleich mit, also gleich gechartet. Also das Album war jetzt auch... Also war gleich erfolgreich. Das ist eingeschlagen wie eine Bombe. Wobei man sagen muss, zu dem Zeitpunkt, wo Dookie erschienen ist, 94, war die Band schon sieben Jahre unterwegs. Also die ist jetzt... Green Day geht schon ewig. Die waren da nicht irgendwie erst, ja, komm, lass mal jetzt hier, äh, lass mal was, lass mal eine Band zusammenstellen, weil gerade irgendwie die, die Zeichen der Zeit für uns reif sind. Sondern nee, die waren dann, die haben sie... Die, die erst als Erfolg haben, wurden sie auch so ein bisschen dann so exkommuniziert aus ihrer eigenen Punk-Szene da. Absolut, also, ähm, jetzt habe ich natürlich den Vornamen vom Sänger und Guitarist vergessen. Billy Joel. Billy Joel Armstrong. Billy Joel Armstrong hätte ich noch gewusst, aber... Ja, Billy Joel Armstrong. Das, ne, der hat ja einfach auch keine, ne, der ist ja von der Stimme her eher so ein bisschen sowieso in die Ramones-Richtung. Das ist ja so eine Stimme, die sich dir in den Kopf frisst. Und, äh, Duki war auch das erste groß erfolgreiche Album von der Band und das allererste, äh, ist ja das dritte Album schon. Also, das ist, äh, also, das ist keine Casting-Band oder so, oder wie man das vielleicht so, so, so Pop-Band, ne, das sind keine Studio-Musiker oder so, das sind schon Leute mit einem Punk-Hintergrund, aber natürlich, wir brauchen nicht drüber reden, dass wir hier, äh, weit weg von der Attitude sind, die, äh, damals von der Punk-Szene vertreten wurde. Und wie ernst diese Punk-Szene in den USA genommen wird, kann ich schon mal ein kleines Foreshadowing. Da sage ich dann gleich ein paar Takte dazu bei meiner nächsten Veröffentlichung, wo es vielleicht auch alles ein bisschen zu ernst wird. Oh, da bin ich gespannt, da bin ich gespannt. Ich allerdings, ich allerdings, das Problem ist, ich muss auch sauviel rausschmeißen, weil ich, ich habe alles rausgeworfen, was Hardcore ist, weil ich hätte auch Hardcore locker mit dazunehmen können, aber ich habe jetzt HC und alles, was HC ist, erstmal rausgenommen, weil ich finde, das verdient vielleicht mal einen eigenen Podcast oder ein anderes Video. Das geht bei mir auf jeden Fall schnell. Ja, deswegen wusste ich jetzt nicht, deswegen habe ich jetzt HC mal rausgelassen, vielleicht mache ich auch mal ein eigenes Video über meine Hardcore-Sachen nicht gerne habe. Aber, wo du gerade schon gesagt hast, eine Band, 87 gegründet, eigentlich sehr erfolgreich, dann in der Mitte der 90er geworden, wenn du Green Day sagst. Und ich dachte immer, Green Day, der Name bedeutet Gründonnerstag, bedeutet der gar nicht. Green Day ist, glaube ich, einfach nur ein Tag, an dem du einen lauen Lachs machst, also einfach so ein Tag, wo du so chillst. Blauer Montag ist es in Deutschland. Ja, wenn man, ja, kann man, ja, genau, das kann man so sagen. Wobei Blue Monday muss ich allerdings auch immer wieder an New Order denken. Aber gut, erst mal machen wir jetzt meine Überleitung nicht kaputt selber, sondern ich rede jetzt mal über eine Band, die auch so über diesen Tony Hawk Weg gekommen ist, beziehungsweise auch im Windschatten, nachdem wir Warner abgemeldet waren. Und zwar Offspring. Natürlich, jemand musste Offspring bringen. Aber krass, dass du das auf Tape hast. Das ist Splinter, oder? Das ist das Splinter-Album von 2003. Weißt du, wo ich das gekauft habe? Das habe ich nicht in Deutschland gekauft, das habe ich in Italien gekauft, also im Urlaub mit meinen Eltern. Und da habe ich da... Also garantiert auch kein Bootleg, meinst du? Nee, Das ist offiziell. Da steht auch alles drauf. Das war ein ordentlicher Laden. Das war jetzt nicht irgendwie so ein Straßenverkauf. Das war ein richtiger Musikladen, wo ich war. Wie steht euch alles? Ah, Columbia, schön. Jaja. Also das... Also ich war damals, 2003, ich hatte damals halt sehr, sehr viele selbst aufgenommene Kassetten und so weiter, aus dem Radio und so weiter. Deswegen Tape-Deck und so weiter hatte ich ja alles. Aber ich hatte keine... Ich hatte zu dem Zeitpunkt keine MC, die wirklich gekauft war. Außer vielleicht noch so ein paar, keine Ahnung was, Hörspiele oder so, die ich als Kind hatte und so weiter ursprünglich mal. So, jetzt nochmal hier vielleicht für alle, die zuschauen, auch nochmal die ganzen, die ganzen Bilderungen. Man sieht ja hier schön auch diese antike Statue, die da gesplittert wird, zerstört wird. Ja, es sagt mal so, das Album, hätte ich mir wahrscheinlich gar nicht gekauft, wenn ich es nicht auf Tape gefunden hätte. Weil ich fand das so outländisch, ich fand das so witzig, dass ich sagen muss, ich muss das haben. Ich mochte natürlich auch die Singles, die zu dem Zeitpunkt schon ausgekoppelt waren. Damals, ich glaube, die Singles waren vor allen Dingen das Hit-Dead, war ja so das erste ausgekoppelte, wobei ich jetzt im Nachhinein sagen muss, die Singles, die sind gar nicht stellvertretend für das Album. Und das ist, glaube ich, für die damalige Zeit aber auch ganz normal gewesen. Gerade in dieser MTV-Zeit hattest du bei diesen, in Anführungsstrichen, Skate-Punk-Bands, weil nichts anderes ist, The Offspring, das sind, da hat man bewusst Sachen genommen, die etwas poppiger sind. Hat dann auch ein lustiges Video dazu gemacht, ich glaube, das war so halbwegs animiert, das von Hit-Dead. Spare Me The Details ist auch eher ein entspannterer Song, den sie da rausgekoppelt haben, etwas ruhigerer. Und dann gibt es halt noch Dahui, dieser Surf-Punk-Song, den sie gemacht haben. Der dauert, glaube ich, eine Minute 50. Und der ist dann schon wieder, finde ich, teilweise repräsentativer für das Album, weil das Album auch sehr viele, wirklich kürzere, punkige Nummern hat. Und Dahui war tatsächlich auch für mich dann auch so der Song, der mir am besten gefallen hat von dem Ganzen. Einfach so zwei Minuten auf die Fresse, relativ schnell und zeigt, dass die Band auch trotz allem, ich meine, die Band gibt es auch seit 1984, die war zu dem Zeitpunkt schon fast 20 Jahre alt und jetzt gibt es, jetzt gibt es offsprichlich seit 40 Jahren, das muss man nicht mehr reintun. Und ihr Hit-Album Smash ist auch schon 30 Jahre alt. Also die Band ist schon, ja, ich sage mal so, die ist auch irgendwo über jeden Zweifel erhaben, so viel Alter und so weiter. Ich meine, klar, ist es Punk-Rock, die Band hat das Album allein, das ist nicht das populärste Album aller Zeit und das hat sich trotzdem Ich glaube nicht. Das hat sich trotzdem fast eine Million Mal weltweit verkauft. Also das hat in sauvielen Ländern auch Goldstatus und Platin-Status und so weiter trotzdem bekommen, weil es auch auf dem Rücken von so Sachen wie Amerikaner, dieses Pretty Fly for a White Guy, das lief ja damals, das lief ja rauf und runter. Das war auch, glaube ich, das, wodurch ich die Band dann kennengelernt habe Ende der 90er. Das war einfach absoluter Wahnsinn, dass dieses, wie heißt es hier, dieses La 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 Das kennt ja auch jeder vom Smash Album. Das ist ja Ja. Also ich denke, The Offspring kennt wirklich, also das ist wie Green Day, das sind so zwei Bands, die kennt wirklich jeder, der mit Gitarrenmusik irgendwas anfangen kann. Du konntest auch in den 90ern oder in den frühen 2000ern nicht zur Schule gehen und auf irgendeine Abi-Party, Abi-Streich oder sonst irgendwas gehen, wo nicht die Songs von denen gelaufen sind. Du kamst an dieser Band auch nicht vorbei. Das ist absolut krass, wie groß die auch waren und wie groß auch einfach Gitarrenmusik damals war. Ich glaube, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, weil heute findet sowas ja eigentlich kaum noch statt irgendwo. Ja, das stimmt. Und ich glaube, du könntest so eine Band wie The Offspring heute auch nicht mehr gründen. Wahrscheinlich nicht. Wobei ich sagen muss, sie haben auch, glaube ich, den unpunk-rockmäßigsten Song aller Zeiten geschrieben. Why You Don't Get a Job. Der Song ist so gut. Der Song ist super witzig und so weiter. Also das ist, ja. Such dir mal eine Arbeit. Wenn wir gerade bei Anekdoten sind. Ja. Das war immer, wir haben früher oft, ja ich lasse das, ich lasse das, ach komm, egal. Bei dem Gitarristen, von der damals dann später keinen gegründet hat, wo ich dann ja als Gründungsmitglied auch dabei war, noch vor Bandgründung, haben wir sehr oft, wenn wir bei ihm zu Hause übernachtet haben, weil der hat sehr praktisch, also sehr stadtnah praktisch gewohnt. Und es war immer morgens der Song mit dem aller, aller größten Kater. Ist wirklich maximale Lautstärke, was seine Anlage hergegeben hat. Und dann Why Don't You Get a Job von The Offspring drauf und auf die Ohren. Und einfach dieses unekelige Cowbell hat sich so sehr in meinem Hirn gefressen. Also, ja, bis heute, ja, musikalisch kannst du es nicht verteidigen so, aber anekdotisch immer wieder ein Grinsen, wenn ich irgendwas von The Offspring her auch so eine Stimme, die sich mir einfach ins Gehirn gefressen hat. Ja, ja, hier Dexter Holland, das ist halt, hey, Dexter Holland übrigens auch kein dummer Mensch, der hat einen Doktortitel. Ist das so? In Biologie, in, glaube ich, Humanbiologie oder irgendetwas, der forscht auch irgendwie Krebsforschung oder, ähm, echt? Ja, ja, das ist voll krass. Der Mann ist doch, also, ich bin immer fasziniert von Leuten, die freiwillig arbeiten, weil er müsste ja nicht. Also, ich bin mir relativ sicher, The Offspring haben die Städte. Beziehungsweise war das, glaube ich, seine Doktorarbeit oder sonst was. Ich weiß auf jeden Fall, also, ich finde es auf jeden Fall voll krass, dass er auch noch so einen krass wissenschaftlichen, naturwissenschaftlichen Hintergrund hat. Da ist jetzt nicht ein Doktor in irgendwie was Geisteswissenschaftlichen, was irgendwie als Künstler auch passen würde, sondern einfach nur hart irgendwas naturwissenschaftliches. Das, finde ich, total, total witziger Funfact über den Mann. Oder ist nicht Mathelehrer wie der, äh, Sänger der Sexpistols? Das Name mir gerade nicht einfällt. Johnny Rotten? Ja, Sexpistols, äh, ich spaß, Bad Religion. Ich wollte gerade sagen, Johnny Rotten macht das. Ja, jetzt haben wir schon wieder der Sänger der Sexpistols, zweite Lehrer. Jetzt haben wir schon wieder mal den Anfang des Videos, äh. Ja. Johnny Rotten ist Mathelehrer, ja. Ich glaube, wir können froh sein, wenn der bis 10 zählen kann. Ich bin mir relativ sicher, er kann es nicht und haut dir bei 3 auf die Nase, aber das ist eine andere Geschichte. Wir haben ja beide nichts von den Sexpistols, aber... Nein. Aber wir müssen, also eine Anekdote gibt ja auch von den Sexpistols, Sid Vicious, der hat ja auch dort gespielt. Es gibt eine Anekdote, der ist von den Sexpistols, ich glaube, es gibt da ein paar. Ja, so eine, die mir jetzt spontan einfällt. Also der Sid Vicious hat ja da Bass spielen wollen und Lemmy von Motorhead wollte dem auch ein bisschen zeigen, wie man Bass spielt. Und hat gemeint, Sid Vicious war ein komplett hoffnungsloser Fall. Der hat absolut gar nichts von Bass spielen und Grundlagen und so weiter verstanden. Er hat es auch relativ schnell aufgegeben. Wobei ich es auch immer noch nach wie vor spektakulär finde, wenn Lemmy jemandem das Bassspielen beibringen möchte. Nicht, dass Lemmy jetzt ein schlechter Bassist wäre, um Gottes Willen, aber der Stil, also... Er hätte ja nicht so, als könnte der das klassische Bassspiel irgendjemandem beibringen. Ah, hier, ich habe jetzt nochmal genau die Story zu Dexter Holland rausgesucht. Dexter Holland hat einen Bachelorabschluss in Mikrobiologie und einen Masterabschluss in Molecularbiologie an der University of Southern California. Danach begann er ein Promotionsvorhaben in Molecularbiologie, welches er jedoch aufgrund seines musikalischen Erfolgs abbrach. Noch später nahm er dieses Verfahren erneut auf. Im Mai 2017 beendete Holland seine Dissertation auf dem Gebiet der Molecularbiologie mit dem Titel Discovery of Mature Micro-RNA-Sequences within the Protein-Coding Regions of the Global HIV-1 Genomes Predictions of Novel Mechanism und so weiter. In Genom-Forschung, ja. Also er hat auf jeden Fall auch eine Aids-Forschung und so weiter gehört. Und ich finde es krass, du hast schon recht gehabt, er hat Erfolg gehabt, hat er gesagt, okay, ich mache jetzt erstmal Band-Zeug und dann irgendwie 2017 ganz random so nach, ach, ich habe schon noch über 30 Jahre eine Band, lass mal den Doktor fertig machen. Ja, krass. Also ich gönne es ihm. Ich weiß, die Offspring ist jetzt auch keine Band, wo du, ich sage mal, im harten Kern des Metals einen Blumentopf gewinnst, aber das sind alles auch keine Bands, die erst seit gestern dabei sind und irgendwie hochgecastet sind, sondern das sind schon, ja, das ist schon alles so ein Umfeld, wo auch andere Bands gewachsen sind. Das sind alles Bands mit ähnlichen Einflüssen, ähnlichen Zeitpunkten zur Begründung wie Metallica, die halt in eine andere Richtung gegangen sind. Aber das sind alles Bands, die so aus diesem Einfluss, aus diesem Umfeld kommen. Also das kann man sich mal so ein bisschen bewusst machen. Diese Szene ist nicht so, als wären das verschiedene Welten gewesen. Ja, ja, eben. Alter, der wird nächstes Jahr schon 60. Ach, naja, klar, muss er ja werden, muss er ja werden. Ja, ja, mit 84. Elito Armstrong ist auch ähnlich alt. Ja, das ist, ja, es ist einfach nur krass, weißt du. Ich war noch nie bei einer Offspring-Show, aber vielleicht sollten die auch mal irgendwann ans Schlussmachen denken. Kann ich nicht beurteilen. Ja, apropos ans Schlussmachen denken. Eine Band, die es so, wie sie hier vor mir ist, nie wieder geben wird. Ich habe ja schon ein bisschen angeteast, dass es mir darum geht, dass es hier bei dieser Band auch unheimlich viel darum geht, wie die Punk-Szene zu sein hat. Weil es einfach einen großen Teil der Szene selbst definiert hat. Weil sie die Band, nicht das Album. Das Album ist wahrscheinlich, zumindest so wie ich es einschätzen kann, mit eins der umdrittensten, das es bei dieser Band gibt. Aus einem einzigen Grund. Ich finde es trotzdem unglaublich stark. Ich habe The Misfits mit Michael Graves kennengelernt. Mir war, als ich Misfits gehört habe, das Album ist 1997 erschienen, ich dürfte so 1998, 1999 draufgekommen sein. Erzähle ich auch gleich noch was dazu, woher ich diese Band kannte. Mir war nicht klar, lange, lange nicht klar. Es wird auch nochmal einen Podcast geben um Bildungslücken, das wäre so eine. Dass Glenn Danzig der Gründer von den Misfits war. Mir war das viel zu lange, um es zuzugeben, dass es cool ist. Nicht klar. Für mich war Michael Graves der Sänger der Misfits. Und bis heute, wenn so mal ein Song der Misfits ist, ist in meinem Kopf die Stimme von Herrn Graves. Eine super umstrittene Person in der US-amerikanischen Punk-Szene. Ich weiß nicht, wem das klar ist. Michael Graves ist der allererste Musiker, den ich selbst mal als, also damit macht man sich auch nicht nur Freunde mit dem Satz, aber ein Opfer der Cancel-Bewegung mitgekriegt habe. Ich weiß nicht, ob du die Geschichte von Michael Graves so ein bisschen verfolgt hast. Er war fünf Jahre bei den Misfits, ist dann da auch achtkantig rausgeflogen, weil er einen eher konservativen Blogpost promotet hat. Und also wir reden immer noch nicht von politisch irgendwie anrüchig, sondern einfach nur nicht demokratisch, sondern eher so in die Richtung der Republikaner in den USA. Und als Punk hat man links zu sein, war damals wirklich so einer der Schlachtrufe, um Michael Graves mit aller Scheiße zu bewerfen, der den Medien, den Leuten und Szenefiguren eingefallen ist. Also angeblich kannte er auch, also bei den Misfits vorgesongen, hat ihre Songs gar nicht und was kompletter Quatsch ist, wenn man also so ein bisschen sich Jerry Only und Doyle hätten doch niemanden in die Band gelassen, der die Songs nicht kannte. Und so ein extrem nah an Danzigs Stimme ist er nun wirklich nicht. Dass man sagen könnte, sie haben ihn einfach nur eins zu eins ersetzt. Er selbst ist auch nie übrigens Mitglied der Republikaner in den USA gewesen. Er hatte lediglich, vielleicht war das auch ein bezahlter Job, niemand weiß es so richtig, aber es war wirklich, diese Hexenjagd auf Graves war wirklich lächerlich. Und das ist ja teilweise heute noch, du musst dich ja teilweise heute noch dafür rechtfertigen, wenn du nicht alles, wo Graves dabei war, von den Misfits scheiße findest. Und für mich war Famous Monster und die American Psycho, achso, das ist der übrigens, ich erwarte natürlich immer, dass die Leute sofort das Cover kennen. Das ist die American Psycho von den Misfits. Die erste Berührungspunkte mit der Band, eine Band, die ich unglaublich viel gehört habe in meinem Leben. Ich nehme es ja auch nach wie vor auf, ich habe eines der schlechtesten Misfits-Tattoos, das alles auf der Welt gibt am Bein. Okay. Vom Fiend? Bitte? Vom Fiend, vom Maskottchen? Vom Crimson Ghost. Ja, perfekt. Sieht man es, glaube ich, ganz gut. Gestochen übrigens vom Bassisten von der Weg einer Freiheit. Schöne Grüße. Den Stencil hättest du vielleicht nicht mitstechen müssen. Na, ist eine andere Geschichte. Tja. Und, ey, das Album, jetzt haben wir viele über das Drumherum geredet, aber... American Psycho ist erst mal ein geiler Song. Ey, American Psycho, Walk Among Us, The Hunger, From Hell They Came. Also ich, da sind Songs drauf. Das sind, also dieses Album, ich würde mal jemand, der so ein bisschen eine Ader für den Horror-Punk hat. Ich muss hier, denke ich, mich nicht im Podcast hinstellen und euch erklären, dass Misfits im Endeffekt im Alleingang mal das Musikgenre des Horror-Punks erfunden haben. Und einfach seit Gründung der Band, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, auch in den 80ern auf jeden Fall gegründet, es einfach definieren. Oh, das ist das... Und sich jede einzelne Horror-Punk-Band, wenn du mich fragst, an den Misfits messen lassen muss. Und ja, bis heute auch Danzig, wo ich auch ein riesen Fan übrigens bin, mal am Rande, sich nach wie vor an den Misfits messen lassen muss. Ich hab nachgeguckt, ja, es ist 77. 77, ich wusste, die haben sich in den 70ern auch gegründet. Ja, also 70er, 80er, also wirklich eine Band, die so lange... Krass, ne, die Band ist bald 50. Ja. Und die Band allein. Ja, und wie gesagt, man muss das, denke ich, nicht mehr sagen. Man muss über die Band auch nicht wahnsinnig viel sagen. Aufmerksam geworden bin ich durch die Band übrigens zu Zeiten, wo man musikalisch noch nicht so erfahren war. Und jetzt haben wir die Playstation schon als einen meiner musikalischen Hintergründe. Das andere war T-Shirts gucken. T-Shirts. Und dieser Crimson Ghost war damals früher viel auf T-Shirts von diesen Punks, von denen ich gesprochen habe. Den hab ich immer wieder gesehen. Und irgendwann hab ich rausbekommen, was das für eine Band ist. Bin Strich raus zum nächsten CD-Fachwarengeschäft gestiefelt. Und hab mir von den Misfits eben eine CD gekauft. Das war auch die American Psycho. Allerdings nicht die Version hier. Ich hatte vor vielen Jahren mal einen ganz schweren Autounfall, wo auch ein großer, großer Teil meiner CD-Sammlung war zu dem Zeitpunkt in meinem Auto. Und ja, ich mehrere hundert CDs auf jeden Fall auch verloren hat in dem Unfall. Zum Glück nicht mein Leben, von daher tut's nicht so weh. Aber ja, diese CD, die bedeutet mir... CDs sind doch Leben. CDs sind doch Leben. Also einen Teil deines Lebens hast du da verloren. Auf jeden Fall und auch ein paar Jahre meines Lebens von den OPs, die danach kamen. Also wir reden wirklich von einem sehr schweren Autounfall. Und ja, müßig. Wenn man nicht der Fahrer ist, machst du halt nix, ne? Aber gut, jetzt lass uns nicht über die Anekdote reden. Ja, ja. Ja, also bis daher eine CD, die ich nachgekauft habe, die ich mir immer wieder kaufen würde. Und auch für mich existiert dieses Album nicht auf Platte oder auf Tape, da bin ich kein Schöngeist. Das ist eine CD, die Haptik ist eine CD, das muss eine CD sein. Ja, ist doch absolut in Ordnung. Ist doch absolut in Ordnung. Übrigens müsste das auch Universal schon sein, ne? Also das nächste absolute Major-Label. Ja, ja, natürlich, klar. Wenn du mir nicht täuschen, Misfits müssten immer zumindest Peripherie von Universal gewesen sein, zu dem Zeitpunkt. Och, warte mal, ich kann ja mal nachgucken. Ich hab dir hier gerade noch die Diskographie offen von denen. Ah, lass mich mal gucken. So. Das ist gar nicht mehr, die haben so eine verwirrende. Ja, das ist bei denen, weil die halt nicht einfach Alben nach Album rausgebracht haben, sondern immer wieder Diskographie und Compilation und hier nochmal live. Und dann ist es die Danzig-Ära und dann ist es die Graves-Ära und dann ist es egal. Ja, es ist sehr, sehr kompliziert hier rauszufinden, wo das erschienen ist tatsächlich. Ich kann ja mal gucken, ob es hier dabei steht. Welches Label? Gavin. Gavin Records. Gavin ist doch Universal. Ich meine auch, dass sie dazugehören. Das ist auf jeden Fall auch da, wo zum Beispiel auch Nirvana waren. Ja, oder Universal gehört zu Universal, ja. Also so Nirvana, Ramones, Misfits, das ist so ein, nicht personell, sondern einfach die Hintergründe sind da ein Dunstkreis. Also wer da mal Lust hat, sich mal reinzufressen. Und es ist sehr, sehr interessant, wie viele sehr genreprägende Bands immer wieder die gleichen Produzenten und die gleichen Labels auftauchen. Ja klar, das stimmt tatsächlich. Also das ist ein Nadelöhr, durch das du damals durch musstest. Das ist heute durch das Internet sehr, sehr anders alles. Und ja. Ich würde jetzt mal kurz weitermachen, weil mit meinen Honorable Mentions, bevor ich zu meinem dritten Pick komme. Das hört sich gut an, lass uns das machen, das finde ich sehr, sehr schön. Weil ich habe eine Band hier auch noch, die da auch sehr gut dazu passt, weil ähnlich wie die Misfits haben auch die Ramones auch zum Beispiel ein sehr bankantes T-Shirt-Motiv, was von vielen Leuten getragen wird, ohne zu wissen, dass es eine Band ist. Würde ich jetzt mal unterstellen. Und auch die sind bei einem Major-Label, hier das ist zum Beispiel bei Warner Bros. erschienen. Das ist Subterranean Jungle. Das ist jetzt kein Hit-Album oder so. Aber, ja, ich hatte es mal auf dem Krabbeltisch mitgenommen. Ich finde es trotzdem sehr, sehr geil. Es ist auch ein sehr, sehr, es ist eher noch ein punkiges Album. Es sind jetzt keine großen Hits drauf, aber das muss es ja auch nicht sein. Weil ich finde, bei den Ramones klingt ja sowieso alles eher ähnlich als unterschiedlich. Die Ramones waren immer eher, also das sagen auch viele, es gibt ein relativ berühmtes Interview, die Ramones waren immer eher ein Gefühl und ein Sound als wirklich eine Band. Und auch hier muss man ja sagen, auch wo du gerade diesen rechten Blogpost hattest, es ist ja nicht so, dass der, wer war es, Johnny? Konservativ, bitte, ja. Ja, konservativ, also ja, rechtskonservativ. Ja, ja, also ich finde nochmal, das muss man schon nochmal ein bisschen unterscheiden. Wir reden wirklich von konservativen Blogs. Hatten sie ja auch Mitglieder hier, Johnny Ramone war es, glaube ich. Ich fühle mich jetzt nicht zu weit aus, weil ich meine, es war Johnny Ramone. Also ich weiß, dass es eine Connection mit Nixon bei den Ramones damals gab, also aber so ganz weit aus dem Fenster lehnen, das überlasse ich anderen Podcasts. Auf jeden Fall, es gibt ja so ein Beispiel, der ist jetzt hier nicht drauf, der Song, aber es gibt ja diesen Song, The KKK Took My Baby Away. Baby Away, They Took My Baby Away. Ey, das ist ja, das ist ja eigentlich auch so ein bisschen, den hat ja Joey Ramone geschrieben, weil, ja, weil ihm ja seine Freundin ausgespannt wurde von Johnny Ramone. Und Johnny Ramone, ja, so diese, ja, so diese, er war ja auch eine, ich glaube, der hatte auch eine Waffe, der war bei NRA, also er hat nicht nur eine Waffe gehabt. Ja, ja, nein, das waren alles NRA-Leute. Also Waffe, Freiheit, Amerika, ne? Also die Ramones sind keine stürzten Startband gewesen. Ja, so gut, aber Johnny Ramone war dann nochmal ein bisschen härter republikanisch als Joey und Joey hat ihm dann immer so, deswegen hat The KKK Took My Baby Away den Song darüber geschrieben. Das war eigentlich so ein inner-bandliches Auseinandersetzter. Aber daher eigentlich eine sehr, 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 mega Band, auch wie gesagt, leider oftmals sehr viele mehr Mode als eine, als eine musikalisch wahrgenommene Band. War auch mein erst, also meiner ersten Jeans-Kutte, mein erster Backpatch. Ich hatte schon vorher mal eine Bundeswehrjacke, da war auch ein Alphrax-Patch drauf, also nur wenn es um Jeans-Jacken geht, war Ramones mein erster Backpatch. Dabei war die Lederjacke eigentlich besser gewesen, ne? Ja, tatsächlich. Aber Ramones, habe ich jetzt hier nicht liegen, hätte ich auch, habe ich aber, glaube ich, nur Live-Alben. Ich hatte noch ein Best-Off, glaube ich, irgendwann mal von denen, das auch, aber das ist jetzt so, ich finde auch, die Ramones sind keine Band, wo man sagt, so, da sticht das Album, da sticht das Album heraus. Die haben viele geile Songs, an die man sich erinnert. I Wanna Be Is A Dated, Rock'n'Roll High School, Pep Cemetery. She Nice A Punk Rocker. Wie gesagt, KKK Took My Baby Away. Poison Heart, also es ist, wenn ich mir wirklich eine Band wünschen dürfte, wo ich, wo mal diese Hologramm-Technologie, die ja schon für Lemmy und für ABBA mal gemacht wurde, ich würde mir so sehr ein Hologramm-Ramones-Konzert wünschen. Du kriegst das halt nicht mehr echt, es geht nicht und ich habe schon Ramones Cover-Bands gesehen. Alle wichtigen Mitglieder sind tot. Und auch nicht erst seit gestern. Ja, ja. Da hatte ich, also wer Ramones Fan ist heute, hat er ja fast, also wenn er nicht um die 50 ist, keine realistische Chance, diese Band mal live zu sehen. Welcher Ramone tritt ab und zu noch auf Elvis Ramone oder so? Na, was weiß ich. Aber einer von den später dazugekommenen, nicht so wichtigen Mitgliedern, der noch am Leben ist, der tritt, glaube ich, noch unter dem Namen Elvis Ramone und die sowieso, glaube ich, auf. Sehe ich manchmal auf Festivals, auf Festival-Flyern. Ja, ich weiß, dass ein Ramones-Mitglied auch bei den Misfits übrigens Schlagzeug gespielt hat, ne, wo wir bei dem Thema sind. Ja, das kann gut sein, das kann gut sein. Mir will nur gerade mal wieder, wie immer, der Name nicht einfallen, aber so ist es. Soll ich meine, soll ich ja alles rausführen oder wollen wir uns abwechseln mit den Honorary-Romanches? Lass uns abwechseln. Dann wechseln wir uns ab, dann hau nochmal Honorary-Roman-Chance. Eine Band, wieder Major-Label irgendwie, naja. Punkrock geht nie anders, muss sein, die explodiert. Fuck the system, fucking liar, lie to me, there is no point, noise and noise. Dieses Album, es darf eigentlich kein Video über Punkrock geben, wo die Exploited fehlen mit Fuck the System. Es wäre einfach der Safe Pick gewesen, ehrlich gesagt. Auch irgendein Repress da, also natürlich vom Original nichts weltbewegendes, aber für mich die Musik, die mich so sehr mit Hardcore-Punk verbunden hat. Übrigens auch heute noch, okay, vor sieben Jahren habe ich sie das letzte Mal gesehen. Sieben oder acht Jahren, eine wahnsinnige Live-Band. Ja. Also Sänger auch noch fit, wenn man, kommen aus der absoluten Hardcore-Szene, was Punk angeht und bis heute noch fit, keine Ahnung, wie der mal noch leben kann. Ja, irgendwie auch schon mehrere Bypässe und Herzinfarkte. Ja, aber es sieht top aus, also wenn der da auf der Bühne steht, der wird auf der Bühne von uns gehen, da würde ich mich mal festlegen. Ja, ich glaube, das wäre auch Wattis präferierte Art abzutreten. Da können wir, denke ich, uns alle darauf einigen. Ich habe auch gleich noch was. Ich bin gespannt, weil die Honorable Mentions kenne ich ja noch nicht. Ich bin sehr gespannt, was du als nächstes rausziehst. Die nächste Honorable Mention ist noch Hüppel und Gesocks. Fünf Millionen. Auch geil, ne? Eu habe ich aber komplett weggelassen. Ja, ja, Eu ist immer ein bisschen schwierig. Ich weiß, Willi Bucher hier aus dem Ruhrgebiet. Und ehemals genannt die Bex Pistols. Dann, wie die Legende sagt, kam einer Zubi bei der Bex Brauerei mit dem T-Shirt von Bex Pistols rein. Und die Rechtsabteilung von Bex hat direkt eine Unterlassungsklage an die Band geschickt. Und die Band hat dann sich, nachdem sie ihre Fans befragt hat, wie soll man es jetzt nennen, nach ihrem damals populärsten Song genannt, Pöbel und Gesocks. Ich glaube, so urban ist diese Legende doch gar nicht, oder? Ja, ich war halt nicht dabei. Ich sage mal so. Es steht halt überall im Internet. Ich wollte gerade sagen, das ist eigentlich schon so Common Sense. Und ich glaube, die Bex hat dem Ganzen noch nie widersprochen. Ja. Es ist halt, ich wollte auch mal was Eu-mäßiges mit dazunehmen. Und ich weiß, ja, auch um die Band gibt es Diskussionen und gerade um Willi Bucher und so weiter, dass man da auch gleich ein bisschen zu offen ist, was die Eu-Kultur angeht. Und auch gewisse andere Skinheads mit dazu nehmen, die vielleicht nicht so politisch ganz okay sind. Und dass man da auch okay sagt, ja, ist mir doch egal, wenn ihr auf den Konzerten rumhängt und sonst was. Gibt es natürlich auch ganz klare Statements der Bands, dass man keine rechten Idioten auf den Konzerten haben will und sich auch nicht mit denen assoziiert. Aber das ist ja, das ist nochmal ein Thema für einen ganz anderen Tag. Deswegen habe ich es nur als Honorable Mentioner zu, weil die Diskussionen der Eu-Szene darüber, was jetzt, wie jetzt Eu und wie sich Skinheads zu der rechten Szene und so weiter abgrenzen und da verhalten, wollte ich gar nicht aufmachen, das Fass. Wenn du die Songs auf dieser Platte dir anguckst, das sind halt einfach hier, weißt du, Ist da die Fee drauf? Ja, natürlich ist da die kleine Fee drauf. Fünf Millionen. Natürlich. Das ist die kleine Fee. Gibt sie auch als T-Shirt und so weiter. Das darf auf keinem Jugendgesellenabschied oder auf keinem Herrentag, Vatertag und so weiter fehlen. Bück dich, Fee. Wunsch ist Wunsch. So gehört sich das. Kettensägen-Massaker, muss ich immer sagen. Da boomern sie uns zwar ein bisschen rum, sondern der Junge spielt Videospiele und träumt davon, seine Klasse mit einer Kettensäge umzubringen. Naja, Lied ist dem Alter geschuldet. Ein schöner Song über Diego Maradona. Und seine Drogengeschichten. Fünf Millionen, da geht es um die Arbeitslosenzahlen in Deutschland. Kann man sich ungefähr ableiten, wann es war. So wie Ehrer Schröder, glaube ich, ist es rausgekommen. Ja, das ist das Schöne. Man kann es immer gut ableiten, wann so die Punkrock-Sachen rausgekommen sind, wenn man so ein bisschen auf die politischen Texte achtet. Weil oftmals werden so Anspielungen auf politische Zustände gemacht, die sehr schnell zuzuordnen sind, sage ich mal so. Ja, also viele Alben sind ja einfach auch wirklich Kinder ihrer Zeit. Das kann man heute immer noch mal ein bisschen schwerer verstehen. Und das ist für mich auch fast mit die Musik, die die meiste Nostalgien mir auslöst, weil es auch einfach eine wirklich coole Zeit war. Und ich finde, wenn man das so sagen darf, Punkrock finde ich nach wie vor für die frühe Jugend eine der besten Musikstilrichtungen, mit der man aufwachsen kann, weil es ja eine sehr, auf eine gewisse ernsthafte Art und Weise eine sehr freie Musik ist. Und ja, also wenn ich es mir was für meine Tochter wünschen dürfte, dann wäre es doch definitiv Punkrock. Besser als Emo. Aber, bitte? Besser als Emo. Ist so, also das ist ja tatsächlich, wir sind ja beide in einem vergleichbaren Alter, wir haben das ja noch ein bisschen mitbekommen, wie der Emo so ein bisschen den Punkrock abgelöst hat. Also für alle Audio-Hörer, ich mache hier gerade Anführungszeichen. Also es gab eine Zeit, da hast du das wirklich gedacht. Und oh Gott, also ich hatte selten so Angst um meine Jugendkultur, obwohl ich selbst noch Teil davon war, als zu dem damaligen Zeitpunkt. Ich weiß gar nicht so richtig, wo das herkam, ist USA, ist USA, müsste da... Ja, es gibt ja so Hardcore-Bands, Emotional-Hardcore und so weiter, wobei ich nie hundertprozentig sicher bin, ob das wirklich so der Zusammenhang ist zwischen den beiden Genres. In meinen Augen kommt diese moderne, oder was ist moderne, Anfang der 2000er-Emo-Szene, vor allem daher, was wir ja auch, was ich am Anfang gesagt hatte, das meiste, du kannst Goffs, du kannst Punks. Und irgendwo gab es gewisse Schnittmengen und Dinge haben sich so ein bisschen vermischt, auch Metalcore und so weiter. Und daraus ist das dann alles so ein bisschen, glaube ich, auch her. Also dieses gewisse Spannungsverhältnis, dieses Mischungsverhältnis hat dazu geführt, dass solche Sachen entstanden sind. Weil auch gerade so der New Metal hatte ja auch schon sehr viele Anteile aus Gothic, Industrial, Punkrock und sonst irgendwas vermischt und so weiter. Also die späten 90er, frühen 2000er war ja ein ganz schöner Melting Pot verschiedener Jugendkulturen. Ja, das stimmt. Ja, absolut, wenn wir schon gerade Melting Pot sagen, nicht wirklich Punkrock, aber ich wüsste nicht, wo ich den hinpacken müsste. Aber definitiv ein Künstler, der sehr, sehr wichtig für mich ist und viel mehr die Attitüde als wirklich die Musikstilrichtung von Punk verkörpert. Aber auch nicht unumstritten, weiß ich alles, ist mir scheißegal. Ohne Marilyn Manson hätte sich mein Musikstil in eine ganz andere Richtung entwickelt. Hier die Holy Wood sicherlich für mich persönlich, für meine Entwicklung die wichtigere CD. Aber die Antichrist Superstar, das sind Alben, die muss man mal erwähnt haben. Und gerade wenn wir in diese Vermischung von Goth, Industrial, Punkrock geht, ist Manson wahrscheinlich so mit das Größte, was du anbieten kannst. Das war die Brücke, die ich dir bauen wollte. Das ist nett von dir. Füllt ja heute noch Stadien, unterstelle ich ihm, ohne es jemals geprüft zu haben. Ich habe ihn tatsächlich auch mal live gesehen, 2007 in der Stadthalle Offenbach. Und die Vorband passt so ganz gut zum Thema. Das war im weitesten Sinne auch Punk, Turbonegro. Eine Band, die ich hier aus mehreren Gründen nicht habe, bin ich aber auch großer Fan, wird es in einem anderen Podcast nochmal von meiner Seite sehr drum gehen, wenn wir über eine andere Drei-Alben-Führer reden. Da wird es für mich sehr viel um die Band Turbonegro gehen. Und übrigens auch für alle, die es nicht wissen, Turbonegro ist nur der deutsche Name dieser Band. Wie sie überall anders auf der Welt drauf auftritt, könnt ihr mal selber googeln. Ja, 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 ja. Das solltet ihr selber rausfinden, da möchte ich mich jetzt nicht... Das lassen wir mal an der Stelle. Was hast du noch für eine Honorable Mention? Ich habe ja noch zwei liegen, die ich unbedingt beide noch in die Kamera halten möchte. Ich habe auch noch zwei. Dann mache ich erst mal noch die, die ich eben spontan noch rausgekommen habe. Und das finde ich sehr gut. Die Fuck Off and Die von Dark Throne. Weil, guckt es euch an, es ist ja schon auf dem Cover dieses typische... Von dieser 2000er-Ära, das Maskottchen mit dem Iro und dem... Ja, genau das. Der Schädel mit dem Iro. Das sieht man auch hier bei Fuck Off and Die. Du hast gerade nochmal Exploited mit dem Schädel reingehalten und dem Iro. Ja, Canadian Metal, Fuck Off and Die, These Shores Are Damned. Und was ein geilerer Song. A Boy of the Seven Gates, Wisdom of the Dead. Ich glaube, wenn man... Wenn ein Black-Metaller sich Punk-Rock vorstellt und versucht in seinem Kopf zu sagen, was ist Punk-Rock, dann kommt das dabei raus. Und das ist... Ja, und genauso umgedreht, wenn ein Punk-Rock versucht, ein Black-Metal-Album zu schreiben. Genau. Es ist rundherum und ich glaube, niemand würde Darkthron den Punk-Status absprechen. Heute würde ich das vielleicht ein bisschen anders sehen, aber zu den Zeiten, wenn ich mir ehrlich bin, die Darkthron würde ich mir ein bisschen zurückwünschen. Tatsächlich, ja. Ich meine, in den 2000ern auf jeden Fall immer... Ja, die... Da blickelt hier Nocturno Kuldo. Penriss auch noch in seiner... Der war Penriss, glaube ich, ungefähr so alt wie wir jetzt. Oh Gott, der Mann muss ja auch auf die 60 zugehen, oder? Nein, auf die 60 geht er nicht zu. Der ist auf jeden Fall um die 50, glaube ich. Weil er ist ja... Der hat ja... Naja, der hat ja... Naja, 50 auf die 60 zu, also sorry, aber... Nee, also um die 50, meine ich, ist der. Weil der hat ja Darkthron extrem jung gegründet. Gülbe Nagel heißt der, ne? Mhm. Ah ja. Naja, reden wir nicht weiter. Nee, nee. Das lassen wir mal. Ja, der ist, ähm, der hat extrem... Der ist zwar ewig dabei, hat aber extrem früh angefangen. Ja, das ist, äh... Naja, das merke ich gerade. Also bei Geburtsdaten lassen wir mich hinzu. Lassen wir mal in Zukunft sich dazu zu äußern, Andreas. Ich lerne es langsam. Das ist wahrscheinlich auch jemand, wenn sich auf der Arbeit jemand fragt, so... Und du sagst so, ja, wer bist du denn? Und derjenige fragt, schätzt doch mal. Und du dann so, keine Ahnung, 50, 22. Nee, bei Frauen sage ich immer Mitte 20, bei Männern Anfang 30, sage ich immer. Stabil. Stabile, stabile Vorgehensweise. Ah! Ja, in dem Job, den ich mache, ist Lügen nicht ganz unwichtig. Bist du wieder dran? Ja, für diese Band, das können wir schnell machen. Ich will auch nur, ich halte auch nur die Single hoch. Das Album habe ich auch irgendwo. Album gehen voll in mir vorbei. Aber, äh, kein Punkrock ohne diesen Song. Wow! Alien End Farm. Die Alien End Farm. Vielleicht, wenn ihr mich fragt, eins der, äh... Bitte schmeiß jetzt nichts um. Ja, natürlich. Ich glaube, die... Ich glaube, die... Ich glaube, die... Smooth Criminal muss natürlich sein. Alien End Farm habe ich noch damals Gold. Die muss man haben. Das müsste auch noch, wirklich das... Die habe ich, glaube ich, nie nachgekauft. Das müsste wirklich noch die Original-Single von damals sein. Ja, bei mir auch. Ja. War in 2001. Ja. Finde ich übrigens bis heute sehr witzig, dass sie den Hidden Track... Hast du mitbekommen? Die haben damals den Hidden Track vom Album einfach auf die Single gebrannt. Ja, genau. Also, wie inflationärer kann man mit seinen Hidden Tracks umgehen. Aber dieses Album, dieses Video, also diese Single, dieses Album gar nicht so sehr, hat mich sehr, äh... Aber würdest du das wirklich, würdest du das wirklich in die, äh, in die Punkrock-Ecke tun? Ich hätte jetzt echt eine New Metal-Ecke gepackt. Für mich ist das Punkrock. Ich weiß nicht, wo da der Metal-Einfluss sein soll. Also, New Metal, finde ich, muss für mich immer wie bei Korn oder bei Limp Bizkit so ein gewisser Metal-Sound erkennbar sein. Und, sorry, da, äh, bin ich da gar nicht, bin ich da gar nicht mit einfacher. Also, das ist für mich astreiner Punkrock. Das ist noch eher Pop-Punk, finde ich, als New Metal. Oh, okay, krass. Ich sehe jetzt die Leute... Ja, aber die Melodie ist ja von Michael Jackson, ne? Ja, aber sie haben sie ja schon härter... Ja, gut, egal, lassen wir das. Gut, die B-Seite, Movies, die ist schon sehr melodisch, da gebe ich dir recht. Ja, Metal-Sound kommt jetzt gleich bei mir. Ja, dann habe ich jetzt noch eine. Die habe ich mir sogar gar nicht vor so aller langer Zeit gelaufen. Da habe ich eine Oettinger-Villa, auch einer sehr schönen Punk-Location in Darmstadt gesehen, wo wir eben schon über Darmstädter Bier abgelästert haben. Oettinger-Villa habe ich keine guten Anekdoten zu erzählen, ne? Was hast du denn da? Die Wüt-Demo. Ach, da erinnere ich mich dran. Da warst du, glaube ich, auch, hast auch ein Video drüber gemacht, glaube ich, ne? Ja, genau, da habe ich mal auch Sachen eingeblendet und so weiter. Ja, das ist so eine, es ist eher Crust und auch schon teilweise ein bisschen metallisch da gesehen. Aber die Performance, die Mitglieder und so weiter, das ist auf jeden Fall schon, ich kann mir mal was zeigen, hier ist noch ein kleines Poster mit dabei. Also das sieht alles schon sehr punkrockig aus, was die machen. Aber das ist doch eine Dame auch am Gesang, ne? Ja, das sind zwei Frauen, zwei Männer, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe, ja. Auch die Titel und so weiter, hier auch alles so mit einer Ski-Zeichen und so ein bisschen so. Also der sieht so sehr do-it-yourself-mäßig aus. Moorloch, Mordfabrik, Disco und so weiter. Also das ist, es ist von vorne bis hinten sehr punkig gemacht. Das klingt halt teilweise sehr death-metallisch, muss ich ganz ehrlich sagen, weil der Gesang halt sehr gegrollt ist. Aber tut ja der Sache keinen Abbruch, ne? Ich meine, die Grenzen sind ja sowieso fließend und ich mag es ja auch, wenn die Leute so ein bisschen über ihren Horizonte rausgehen. Ich finde es ehrlich gesagt ziemlich beschissen, wenn die Leute im Punkrock so ultra-poppigen Punk machen, wirklich im, also jetzt nicht im Mainstream, sondern im Punk, im Punk-Underground, wo ich mir denke so, naja, muss jetzt nicht sein. Nutzt doch die Schrulligkeit, die euch der Underground bietet. So, nur noch mal kurz, das dauert zehn Minuten. Also glaube ich, wie viele, was hatte ich gerade gesagt? Das sind glaube ich... Acht Songs wahrscheinlich, ne? Ja, acht Songs, genau. Acht Songs dauern neun Minuten Batsch, also knapp zehn Minuten. Also kann man sich mal gut geben zwischendurch. Ja, das ist die, das ist glaube ich die Art Punkrock, wo man sich im Kopf vorstellt und sie klingt auch genauso, wie man sich im Kopf vorstellt. Ja, man sieht auch hier, dass das Magnetband ist nicht besonders viel, was da ist. Ah ja, man muss sparen. Wo man kann. Die nächste Band, wenn du Alien Endfarm schon als New Metal bezeichnest, wirst du mir das auch nicht als Punkrock durchgehen lassen wahrscheinlich. Quell Attack. Auch das habe ich, das Album. Ja. Mehr? Ja, ja, ich habe beide. Die mehr habe ich mir aber hochgehalten, weil es einfach für mich das Prägendere ist. Ja, das ist auch das Beste für mich. Finde ich auch. Also ich, die Band, mal so eine Band, die mich mal so richtig, richtig aus dem Nichts getroffen hat. Ja. Sieht ja auch, also ich weiß, dieser Style war damals dann total in. Auch Würzburger, ich bin ja auch Würzburger, Fuck Your Shadow From Behind, damals die Vorgängerband, die der Weg an der Freiheit immer wieder gerne aufs Brot geschmiert wird. Damals ein ähnlicher Musikal, also ein ähnlicher Stil, was die ganze Koloration angeht, was die Designs angeht. Ich sehe gerade, die CD ist gar nicht drin, ich weiß gar nicht, wo die ist. Diese Taube, dieses ultra bunte, fast Manga-eske Design, was da immer wieder verfahren wird. Die hatten aber diese ähnlichen Künstler oder gleiche Künstler wie bei Baroness bei der Band. Die hatten ja das gleiche Art-Style und ganz gleiche Art-Design. Also dieses Design, also das ist immer, es geht immer auf so einen gleichen Künstler zurück. Das ist, das hatten dann auf einmal ganz viele Bands und das ist super präsent in Würzburg auf einmal gewesen. Und das ist so eine ganz, wer das noch nie gehört hat, das ist eine Band mit so einem eigenen Sound. Irgendwo zwischen Hardcore-Punk, Black Metal, niemand weiß es so richtig, ultra treibend, wahnsinnig energetische Musik. Ja, und irgendwie hat es mich beim Punk angesprochen, aber wahrscheinlich, weil ich einfach auch, weil das einfach so richtig geile Musik zum Anecken ist. Wenn du so in keiner Szene zu Hause bist, einfach, die könnten, ja, das ist zum Beispiel mal so eine Band, da würde ich gerne mal sehen, was passiert, wenn die auf dem Partisan auftreten. Nur bitte ohne den lächerlichen Eulenhut. Boah, den fand ich so eklig. Ich hasse ausgestopfte Tiere, ich bin da überhaupt kein Freund von. Aber dadurch ist es mir auch so ein bisschen in Erinnerung geblieben, als ich zum ersten Mal die Band gesehen habe. Ja, das ist das erste Mal, als ich es gesehen habe, hat er sich diesen Eulenhut aufgesetzt und sich erstmal lang gemacht auf der Bühne, weil er nichts gesehen hat. Ja, kein Wunder. Ja, das ist, also für alle, die es nicht kennen, Google, das könnt ihr euch gerne mal Google, also auf YouTube eingeben, Quälertag Eule, also dieser Hut ist dermaßen hässlich. Ja, das ist schon was Besonderes. Ich habe gerade Quatsch erzählt. Nein, es war natürlich direkt der Typ von Baroness, der das Artwork gemacht hat für das Meer-Album und zwar John Dyer, Baselay. Also der Mann ist auf jeden Fall sehr schnell mit diesem Stil sehr reich geworden, weil also jede Band, die was auf sich gehalten hat, zu einem gewissen kurzen Zeitfenster so ein Design sich rausgelassen hat. Also das ist, ja, eine Band, die, ich finde sie nach wie vor sehr mutig, typischer Orange-Amp-Gitarren-Sound, um übrigens noch einmal ganz kurz dieses Nerdige rauszulassen. Und ein sehr, ja, einfach ultra viel Punch, schön aus den Mitten, so, 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 dürfen Gitarren gerne öfter klingen. Oh ja, auf jeden Fall. Also wir haben die Honorable Mensch, das sind wir uns gelassen, wir kommen jetzt wieder zu unserem letzten, unserer, ja, ist das nicht die Nummer 1, das ist ja jetzt keine Rangfolge, aber zu dem letzten Pick, den wir jetzt mit auf die Insel nehmen. Bei mir ist es, bei mir hat's, ja, Let's Start a War von De-Exploited. 1990? 91? Ja, das ist die 92er-Version, aber eigentlich ist das Album von 83. Ja. Weil, ja, die 83er-Version kannst du ja nicht bezahlen, also das hab ich mir schon gedacht, dass du das Tape, wenn du das Original-Tape von 83 hättest, da, äh, das würdest du, glaub ich, nicht so freigiebig in die Kamera halten. Nee, 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 das hab ich, äh, von einem Kumpel, der ein paar Tapes loswerden wollte, so, in seiner Tapesammlung, er meint so, hier, ich will ein paar loswerden, will es ein paar haben, oder hab ich mir direkt die Exploited, ich hab auch noch ein paar andere Exploited erhalten, tatsächlich. Und die hab ich mir direkt mitgenommen, weil ich gedacht hab, so, ich mein, das ist ja auch dieses, das kennt man ja einfach, dieser Iro, dieser rote Totenschädel mit dem Iro, das sieht man ja auf so unglaublich vielen Punk-T-Shirts, das ist, glaub ich, neben, wie du's schon eben gesagt hast, Misfits, neben Ramones und so weiter, eins der beliebtesten Punk-T-Shirt-Motive, die man kennt. Worum geht's bei dem Album? Wenn man das Album anhört, hat man das Gefühl, dass es teilweise schon fast ein Konzeptalbum ist, weil sehr viel auch am Anfang der Songs mit so Samples gearbeitet wird, aus so, gerade aus so Nachrichtenberichten aus der damaligen Zeit. 83, das war grad die Zeit des Falkland-Krieges, des Falkland-Konfliktes, der volle Titel ist ja auch Let's Start a War, Set Maggie One Day, also Maggie Thatcher, Margaret Thatcher. Ja, genau. Das, ich glaub, keine Politikerin hat die Punk-Szene so sehr beeinflusst wie Margaret Thatcher. Ja, da gibt's auch ein paar Sex-Pistols-Geschichten, ne? Ja, es gibt ja auch diese auch Byron Mania auch, ich mein, Woman in Uniform, einer der ganz frühen Songs, geht ja auch um, ist ja auch viel mit Margaret Thatcher gespielt worden, so, klar, Sex-Pistols auch, aber generell auch ganze britische Bevölkerung, ich mein, als sie gestorben ist. Das Glatteis kann ich mit dir machen, oder? Die Exploited kommen nochmal aus welchem Land? Schottland. Ja, sehr gut, du bist gut vorbereitet. Ja, ja. Weil, äh, viele stecken sie ja einfach durch, durch diese ganzen Geschichten stecken sie immer nach UK. Ja, gut, es ist ja UK, aber es ist halt nicht England. Ja, eben, also das ist schon, äh, den Unterschied, da ist die Band auch durchaus, äh, ist der Band schon wichtig, nicht? Ja, auf jeden Fall, ich finde auch, sie sind ja auch nicht, auch wenn sie Ende der 70er gegründet wurden, sind sie ja nicht Teil der 77 oder 78 Bewegung des Punk-Rocks, so der ersten Welle, sondern man zählt es eher so zu dieser 82er, zu dieser zweiten Welle. Ja, aber, äh, so ein bisschen wie, es ist ja auch ein bisschen logisch, wenn man ehrlich ist, ne, dass die zweite Welle ja Bands begründen müssen, die in der ersten schon eine Rolle gespielt haben, aber eher so diesen, den neuen Geist so ein bisschen verkörpern. Und wo, äh, ja, wir wollen jetzt nicht zu sehr in die Geschichte des Punk-Rocks gehen, weil ich finde, da, da könnte man einen eigenen Podcast drüber machen, so diese, allein diese 77er-Geschichte. Nee, das, das, da sind wir, da müsste ich auch echt mich besser vorbereiten. Was ich nur sagen will, ist einfach, dass Exploited halt sich einfach nochmal sehr stark von so Bands wie Sex Pistols und so weiter stark unterschieden haben, weil sie auch nochmal deutlich stärker so Metal-Elemente eingebaut haben. Ja, ich würde einfach tatsächlich sagen, auch, äh, deutlich, äh, direkt, direkter in die, eine sehr gewalttätige Richtung gegangen sind, als die Sex Pistols selber, die ja eher so die, die Selbstzerstörung und Hedonismus verkörpert haben. Ja, dieses Rotzige und dieses Spuck dir ins Gesicht und ich kack dir in den Vorgarten und so ein Krempe. Und ich trage eine SS-Uniform auf der Bühne. Wer macht das nicht? Wer macht das nicht? Marilyn Manson wieder hier. Wer macht das nicht? Ja, na, wobei, war es eine SS-Uniform? Nein, das war natürlich seine eigene, das war natürlich immer nur wieder mitgespielt, aber. Nee, also bei den Sex Pistols, übrigens, wer das nicht weiß, ich glaube, die Band, die mehr Merchandise mit Hakenkreuzen rausgebracht hat wie Lanza, das sind die Sex Pistols, das ist, äh, also, ja, naja. Ich sag mal so, Wendy Buchen ist der einzige verbleibende Hauptmitglied, ist ja trotzdem kein Gründungsmitglied, das ist witzigerweise. Nein, 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 ja, die Band ist, wie du schon gesagt hast, ne, äh, so, also, ne, die gehen alle, also da, da, wenn man so einen Lebensstil pflegt, dann wirst du wahrscheinlich nicht, nicht 80. Man muss sagen, Wendy, trotzdem, hast du ja selbst gesagt, immer noch, wirkt ja trotzdem noch fit, auch dafür, dass er wirklich, drei Bypasse hat, schon Herzinfarkt und sonst was hinter sich hat, und er hat ja auch, als die Corona-Pandemie aufkam, hat er ja gemeint, so, wir lassen uns von so einem scheiß Virus nichts vorschreiben, wir spielen trotzdem weiter, und ich hab auch, wie gesagt, ich hab totale Herzprobleme, eigentlich totale Risikogruppe, ist mir scheißegal, ich lass mir von so einem Virus nichts vorschreiben. Naja, dann hat kurze Zeit später doch dann alle, alle, alle Venues gesagt, so, nee, exploited wird nicht. Na, das Virus hat's dir nicht vorgeschrieben, das waren halt alles andere. Ja, ja. Aber, ja, also nee, das ist, das, aber wie gesagt, so, sorry, aber, dass man das einmal da sagen muss, aber das ist einfach eine Generation von Menschen, das war ja, den hat man so, den, 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 den gesteht man, finde ich, diesen extremen Rebellengeist einfach noch zu, weil du einfach weißt, der hat über Jahre, über Jahre, über Jahre, über Jahre des Dagegenseins einfach irgendwann bewiesen, dass sie die Inkarnation des Dagegenseins ist. Was ich noch sagen wollte, ist einfach, weil bei diesen alten Punks und bei diesen alten Punkrockbands hast du halt dieses, ja, der Staat kontrolliert die Medien, das, was euch erzählt wird, müsst aufwachen, glaubt nicht das, was euch erzählt wird. Das war noch aus so einer Warte heraus, wir sind die Gegenkultur, das sind alles rechtskonservative Wichser, religiöse Fanatisten in den Machtpositionen, die erzählen euch Scheiße, seid die Gegenkultur und so weiter. Aber die sind nie so ganz von dieser Rolle runtergekommen, weil heute erzählen genau die gleichen Dinge halt die Rechtskonservativen und die religiösen Fanatiker, aber halt mit vertreten Rollen, dass sie sagen, die Medien werden eher von einer, du weißt, ich muss das Wort nicht sagen, du weißt, worauf ich hinaus will. Nee, nee, das ist echt auch so ein Thema, das möchte ich an der Stelle auch nicht aufmachen und es hat immer viel damit zu tun, wer halt was sagt, einfach, ne, also es ist selten das Was. Wir können eh keinem was vorschreiben, wenn ein Podcast hört, kann es alles tun, was er gerne möchte, so wir sind keine Instanz, die Leuten was verbietet, aber guckt euch einfach an, wer euch was sagt und, vielleicht entschuldige, dass ich das doch einmal nutze wie so dieses Mini-Bisschen an Reichweite, wenn euch jemand eine einfache Lösung für ein komplexes Problem anbietet, dann lügt er euch an. Wer sich dann diesen Satz hält, der kann schon relativ viel mitnehmen, das ist, es ist nicht alles so einfach immer. Ja, das ist richtig, das ist absolut richtig. Ich will es auch gar nicht zu weit fassen, ich will nur damit sagen, dass teilweise die Punkrock-Attitüde von 1983 im Jahr 2024 vielleicht ein bisschen angepasst, also dass man sich ein bisschen... Ja, aber das wird doch die Exploited nicht mehr lernen. Nein, das müssen sie, das werden sie nicht mehr lernen, aber das ist nur mal zum Verständnis, warum das manchmal clasht mit Menschen, die eigentlich ja ihre Zielgruppe sind. Und siehst du, der Clash habe ich ja auch nicht bei, hätte ich auch mal reinbringen können. Ja, da würden auch die anderen Punk-Bands aus der damaligen Zeit sagen, das ist auch eine Pop-Band. Wohl wahr, wohl wahr, wohl wahr. Apropos eine Band, wo, glaube ich, niemand auf der ganzen Welt behaupten würde, es ist eine Pop-Band. Meine letzte Veröffentlichung. Ja, hau mal raus. Und erschienen das jüngste Album, das ich euch hier hinhalte. Und wer hätte gedacht, wenn ich euch The Misfits und Green Day präsentiere, dass die dritte meine jüngste Veröffentlichung ist. Klingt ein bisschen, als wäre es auch in den 80ern aufgenommen. Die zweite Veröffentlichung einer Band aus Badewürttemberg, aus Bagnang, wenn ich mich nicht komplett täusche. Totenmond. Ja. Für alle, die Totenmond nicht kennen, weil ich weiß jetzt schon wieder, was kommen wird von einigen Leuten. Öh, das ist eine Metal-Band, öh, das ist eine Death-Metal-Band, öh, das ist, nee. Ist es nett. Das ist astreiner Crust-Punk. Und zwar so richtig auf die Fresse. Treibjagd, Dekadenz 98, Tod und Niedergang, Leichen der Liebe, Kadavernationen. Es ist durch und durch aufs Maul. Es ist so wunderschön, diese CD. Ich hole mal einmal das Bucklet raus, das habe ich bei den anderen Veröffentlichungen nicht gemacht. Aber ihr habt immer diese Holzschnitt-Optik, den Text daneben. Es ist keine Politik, einfach nur zerstören, zerstören, zerstören. Hier ein wunderschönes Bild. Ich habe das Album übrigens auch. Ich habe es in Sticky-Pack und ich hätte mir es damals, als ich es mir auf dem Flohmarkt gekauft habe, genauer angucken müssen. Nämlich als ich zu Hause war und das Ding aufgemacht habe, war eine gebrannte CD da drin. Und es war das Album, es war das Album, es war auf einem Brat-Drohling in der Originalverpackung. Ja, also eine, wie sagt man, Sicherheitskopie. Ja. In diesem Album übrigens, schöne Grüße, wird, ich habe es mir heute beim Durchblättern nochmal aufgefallen, der gute Zweeney von Nuclear Blast gegrüßt. Wie es dazu kam, weiß ich nicht, aber auch an dich, schöne Grüße. Und was ich so wunderschön finde, das hat man früher in den Alben gehabt, das ist noch ein schönes Original. Ihr könnt hier, ich hoffe, man kann es ein bisschen sehen, konntet damals etwas heraustrennen und konntet das an Massacre Records oder FOAD Merchandise schicken und die Zahlungsweise angeben per Nachname, Verrechnungscheck übrigens oder bar in einem geschriebenen Brief, zuzüglich 5 Mark. Oh Gottes Willen, Dinge, die nicht gut ausgingen immer. Ja, ja, das war aber damals so. Ja, natürlich war das aber so. Das hast du damals so verschickt und ihr konntet euch damals ein Poloshirt von Totenmund bestellen, ein Army Bermuda, schwarz, eine Bomberjacke mit Bestickung und das sind alles so Sachen. Hätte ich mir das damals mal nur bestellt, heute an Totenmund Merch ranzukommen ist der größte. Also es ist so ätzend. Für Leute, die Urfaust Merch sammeln, so wie ich, ist das schon ätzend. Aber an Totenmund Sachen ranzukommen, an Originale, selbst wenn ihr Jubelpreise bezahlen wollt, ist es fast nicht möglich. Ja, und damals eben hier eine Bomberjacke schwarz, fliegt für 80 Mark, also 40 Euro, da kriegt ihr heute teilweise kein Hoodie mehr für. Ein Girly Shirt schwarz, 25 D Mark oder der gute Heckscheibenaufkleber für 5 Mark. Heckscheibenaufkleber, auch geil. Geil, ne? Ja, äh, habt ihr damals immer so Kreuze dahinter machen können und die so, also weißt du, ob man das jetzt sieht, und damals die Menge eintragen und unten musstet ihr das selber zusammenrechnen und konnte dann eben plus 5 Mark das Geld abgezählt in einem Brief schicken, diesen Kameraden beilegen und habt dann ein paar Wochen später euren Merchandise bekommen. Ich hab das mal, ja bei EMP hab ich früher so bestellt, na klar. Echt? Na klar. Ich hab das nie gemacht, das war mir immer zu unsicher. Ich hab's, glaub ich, dann erst gemacht, als es wirklich so Internetbestellungen gab. Ach so. Ne, ich hab tatsächlich, also per Nachname, also ich hab jetzt nie Geld in den Brief gesteckt, aber ich hab per Nachname bestellt. Und für alle, die das nicht wissen, per Nachname war damals so, da hat der Postbote geklingelt und ihr musstet dem Postboten das Geld bar in die Hand drücken. Er hat das dann an der Tür gezählt, unterschrieben und das mitgenommen. Also Postboten hatten damals, das waren ja damals auch noch Beamte. Gibt's das nicht immer noch? Gibt's nicht immer noch Nachname? Also gibt's gar nicht mehr? Ich hab noch nie, weiß ich nicht mehr. Also in Zeiten von Paypal und Kreditkarten, sag ich dir offen und ehrlich, hab ich per Nachname Zeit. Meine Mutter hat mir auch immer davon abgeraten, per Nachname zu bestellen, beziehungsweise es war ihr zu nervig. Ja, das hat halt eine Gehör gekostet auch einfach. Es musste jemand zu Hause sein und das Geld musste bar bereit liegen. Ja, eben. Meine Mutter hatte nie Bock, dass wenn ich irgendwie in der Schule, in der Arbeit oder sonst wo bin, dass sie das Geld dann irgendwie da abgezählt dann geben muss. Ich hab damals mit Vorkasse irgendwelche solchen Sachen dann bestellt. Ich hab da, ich hab wirklich ganz oft per Nachname bestellt, weil ich auch damals, also, Entschuldigung für alle, die wir jetzt langweilen, aber Opas erzählen mir da vom Krieg, früher bei den Katalogen hast du immer möglichst große Summen sammeln müssen. Also das war jetzt nicht irgendwie so ein Mindestbestellwert, 20 Euro dann versandkostenfrei. Das hat teilweise dir richtig Geld sammeln müssen, um einen kostenlosen Versand zu kriegen. Und das hat ja damals alles Geld gekostet. Deswegen habt ihr in der Klasse oft den Katalog rumgegeben oder was wollte, hat was draufgeschrieben, hat dir dann das Geld mitgebracht und ihr habt das dann wirklich in der Schule gesammelt. Und das war dann bei mir zu Hause in der... Ja, das kenn ich auch noch. Ja, mein Gott, mein Vater ist verstorben. Das kann ich jetzt mittlerweile alles erzählen. Mein Vater war damals einfach bei der Deutschen Post, ein leitender Angestellter in Würzburg. Und für mich war es halt immer sau bequem, weil ich musste gar nicht erst den Umweg machen über den Postboten, der zu mir nach Hause kam, sondern das kam einfach im Postamt Würzburg an. Der Name war bekannt. Und zu dem damaligen Zeitpunkt, mein Vater konnte das dann einfach vor Ort bezahlen und mir abends mit von der Arbeit nach Hause bringen. Deswegen konnte ich das damals immer alles relativ einfach machen. Aber lass uns wieder über Totenmund reden. Ach stimmt, wir haben über Totenmund geredet, genau. Übrigens, die haben auch ein Punk-Cover-Album für alle, die nicht glauben, dass es Pound ist. Auf dem Mond ein Feuer. Eines der besten Cover-Alben überhaupt, in meinen Augen. Eines der besten Totenmund-Alben überhaupt. Und das Einstiegsalbum, was ich mit der Band Totenmund beschäftigen will. Ja, OHL-Cover drauf. Damals in Verruf gekommen. Ich verstehe es bis heute ehrlich gesagt nicht. Wie man Totenmund auch nur irgendeine Art und Weise die politische Gesinnung antichten kann. Ja, wenn man Totenburg und Totenmund nicht auseinanderhalten kann. Ja, aber es ist einfach so ätzend. Und das ist auch so eine Band. Ich weiß gar nicht, ob Totenmund jemals Großinterviews gegeben hat. Aber wenn dann wenig. Also ich wüsste, ich kann mich an keins aktiv erinnern. Bei dem Legacy gab es, glaube ich, mal ab und zu eins. Die Band, ich habe übrigens heute noch einmal geguckt, weil es mich interessiert hat. Aber ich wollte nämlich eigentlich sagen, eine Band auch Ende der 80er gegründet. Und immer noch in Originalbesetzung. Stimmt nicht. 90. 90. Erstens das. Zweitens. Sie haben einmal den Bassisten gewechselt. Ja. Der war sogar zweimal ausgestiegen. Mhm. Äh, genau. Und das letzte Album ist natürlich auch schon ein bisschen her. 2016 letztes Album. Ja, ich weiß, deswegen die Band steht. Ich war auch sehr überrascht, dass die Band noch auf aktiv stehen. Jo, Live spielen tut sie, glaube ich, immer noch. Also das ist jetzt nicht das Thema. Sie nimmt doch nichts auf aktuell. Ja, doch, ich gucke jetzt mal nach. Komm, das recherchieren wir jetzt. Also die Zeit habe ich noch. Ich muss zwar ziemlich seuchen, aber die Zeit habe ich noch. Ja. Ich kann morgen, fange morgen auf der Arbeit ein wenig später an. Und bleib auch sturmfrei. Also ich kann mich hier entspannen. Übrigens das Binding, während du googelst. Jetzt nochmal, noch ein paar Mal ein paar Worte ein bisschen später dazu, nachdem ich die zweite Dose getrunken habe. Das kannst du absolut machen. Also ich wollte ja eigentlich einen kleinen lustigen Verriss von hessischem Bier machen. Aber du, das Binding kannst du machen. Aber ganz ohne Probleme. Na, siehste. Also da muss ich, glaube ich, einmal Abbitte leisten. Also die Dose fühlt sich immer noch an wie Perlenbacher. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Also es fühlt sich wirklich scheiße an. Ja. Aber schmecken kannst du absolut trinken. Also geht runter wie ein Zischt wie Abelsaft, hat mal eine Band, ein Duo aus Hessen gesagt. Nee, das letzte Konzert ist ja auch laut Facebook. Keine Ahnung. Kann auch sein, dass sie irgendwo gespielt haben, wo die Veranstaltung hier nicht bei denen drinsteht. Also 2016 haben sie die letzten Veranstaltungen drin, wo sie selbst aktiv waren. Also keine Ahnung. Also ich würde mir wünschen. Ich hoffe nämlich nicht, dass die Band noch auftritt. Zumindest aktuell machen sie nicht viel. Schade. Egal. Also wenn ich irgendwann mal was von der Band höre, ich. Schade, schade. Ich würde es mir wünschen, dass sie die Band mal wieder zu sehen, weil sie sind eigentlich live schon ziemlich gut. Und 2006 mal auf dem Summer Breeze haben sie gespielt. Ich stand tatsächlich mit der Band auch schon mal in persönlichem Kontakt, weil ich für meine damalige Band ein Konzert mit ihnen veranstalten wollte. Und war damals blauäugig genug zu denken, du kannst deine Band wie Totenmund in ein Jugendzentrum holen. Ja. Also es dürften so mit meine ersten Erfahrungen mit Pädagogen gewesen sein, die sich einfach... Ja, googeln war damals auch noch nicht so einfach. Ich will es den Leuten nicht vorwerfen, aber... Hat nicht funktioniert. Nee, also das ging gar nicht. Und dann auch der geile, peinliche Anruf. Könnt ihr euch auch einmal... Ah, scheiße. Vielleicht ist es ja gar nicht über Dinge amüsieren, die ich so sage. Aber den Anruf könnt ihr euch echt schenken dann bei der Band. Ja, die Leitung vom Jugendzentrum hat gesagt, die müssen nicht spielen. Zwei Wochen später in dem Jugendzentrum übrigens... Nee, das sage ich jetzt nicht, wer da gespielt hat. Aber ich sage mal, die Veranstaltungsreihe wurde danach eingestellt. Okay. Weil bei englischsprachigen Bands googelt man nämlich gar nicht. So ist es leider manchmal. So ist es manchmal schon leider. So, ich würde sagen, wir fangen mal an mit einem Fazit. Wir haben jetzt... Ich glaube, wir haben eine gute Auswahl getroffen. Ich habe jetzt hier einmal schottischen Punk oder UK Punk. Ich habe einmal amerikanischen Skate Punk mit Offspring noch gehabt. Und dann auch nochmal deutschen Underground Punk mit dem Schurkenstaat. Jo, eigentlich eine gute Auswahl. Und bei dir? Ja, du bist natürlich deutlich diverser als ich mit den... Misfits, The Green Day und am Ende Totenmond. Habe ich mich natürlich so ein bisschen versucht, sehr so ein bisschen abzubilden, wie sich mein musikalischer Werdegang entwickelt hat. Auch absolut so unterschiedlich. Also du hast hier Crush, du hast Horror, du hast... Green Day, ist es Pop-Punk, ist es Skate-Punk? Ich weiß es nicht. Also Green Day ist älter als die Bezeichnung Pop-Punk, ne? Also Green Day, würde ich sagen, ist einfach Green Day. Und die Alben sind tatsächlich... Ich hätte sie auch in der Reihenfolge angeordnet. Das war jetzt ein lustiger Zufall, dass sie auch chronologisch genau in der Reihenfolge erschienen sind. Und genau so hat es sich bei mir entwickelt. Ein bisschen poppiger Surf, Skate-Punk aus den USA, hin zum Horror-Punk, wo es auch viel um Attitüde geht, hin zu Totenmond. Totenmond dann zum allerersten Mal den Metal-Sound reingebracht, an dem ich dann einfach auch kleben geblieben bin. Und so hat sich das alles so ein bisschen... Da kommen wir musikalisch auch beide so ein bisschen her. Ja. Und keiner von uns hat mit 13 schon Dark Throne gehört. Leider nicht, leider nicht. Wäre auch witzig gewesen, aber damit kann ich leider nicht dienen. Realistisch war mein erster Kontakt überhaupt eher sehr poppig, sehr punkig, sehr mainstreamig. Muss ich leider auch zugeben. Aber muss ich schlecht sein. Manchmal weiß ich gar nicht, wenn ich an mich als Teenager denke, mit meiner damaligen Attitüde, ob es so gut für mich gewesen wäre, damals schon extrem in Metal zu hören, ich weiß das gar nicht. Es ist schon alles gut, so wie es gelaufen ist. Aber ich weiß nicht, ob ich überhaupt da reingekommen wäre. Ich glaube, der Weg über so Sachen wie Hardrock, über Punkrock und so weiter, das war schon wichtig. Also alles, was sich damals aufgesogen hat, hat ja auch irgendwie mich da hingeführt, wo ich dann wieder rausgekommen bin. Eben, von daher, was hat euch damals in den 90ern, 2000ern oder noch früher, wir haben ja den einen oder anderen älteren Hörer. Wie habt ihr das wahrgenommen? War Exploited, hat das eine Rolle gespielt? Also für mich weiß ich noch, war das eine absolute Offenbarung. Wir haben das erste Mal Exploited. Ja, klar, aber auch für uns, das ist ja witzig, so wie ich in den 90ern halt Punk kennengelernt habe, für mich war, ich habe das ja voll spät erst kennengelernt. Also für mich war Punkrock erst mal das, was ich halt auf MTV und so weiter und auf FIFA gesehen habe, so als 13, 14-Jähriger. Und ich war dann ganz überrascht, wie dann Punk, also eigentlicher Punkrock klingt und so weiter. Das war ja ungeschliffen, das war roh, das war, ja, Lo-Fi teilweise. Also die Ramones, als ich zum ersten Mal Ramones gehörte, habe ich mir gedacht, so was ist das für eine Soundqualität, das ist ja furchtbar. Ja, und immer hinter einem Major-Label, also die Ramones waren, auch die Sex Pistols übrigens, eine gecastete Band, wissen auch viele nicht. Ja, das stimmt. Die Ramones, das waren alles damals, das war so, der Sound war damals gewollt. Ja, natürlich, ja. Lange bevor es, lange bevor es Grunge wie Nirvana gab, also viele denken ja, dass der Grunge zum allerersten Mal diese rohen Produktionen in die Öffentlichkeit gezerrt hat. Nein, das stimmt nicht. Absoluter Quatsch. Das stimmt nicht, das stimmt nicht. Das ist nicht richtig. Auch wenn Nirvana eine Band ist, auf die ich oft als Negativbeispiel heranziehe, auch eine Band, die ich hier hätte nennen können. Ich finde, also, das punkigste Album ist, glaube ich, dieses B-Seiten-Album von Nirvana, Ancesticide, das hätte man auch durchaus nennen können. Die sind immer hinten über, ne? Ja, ist halt eher so eine Klassiker-Demo-B-Seiten-Sammlung, aber die ist ziemlich gut, muss ich sagen. Also, eines meiner eher favorisierten, auch heute noch favorisierten Album von Nirvana. So, aber darum soll es jetzt nicht gehen um Grunge, sonst geht es jetzt noch viel zu weit. Vielen, vielen Dank, dass ihr da mit dabei wart und ich danke mir auch dir, Andi, für die coolen Pics. Ihr habt einen Auftrag, schreibt mal eure Beziehung zum Punk und eure Pics in die Kommentare. Und, ja, wenn ihr es nicht getan habt, lasst einen Kommentar da, lasst ein Like da, lasst ein Abo da und zeigt dieses Video eurem lokalen Irokesen. So, danke, Andi. Ich würde sagen, das ist jetzt auch mehr als genug. Wir haben die 2-Stunden-Marke knapp verfehlt, aber muss auch nicht. Ich glaube, es ist auch mal gut, wenn ein Podcast unter 2 Stunden dauert. Nach dem Mammut-Projekt Partisan, was auch mal ganz gut ist und kürzer ist, genau. Absolut, ich danke dir für die Zeit, Adrian. Ja, ich dir auch. Und, ja, Prost. Prost, Punk is not dead. Wir sehen uns auf deiner Seite. Macht es gut, auf Wiedersehen.